Ja guten Tag, hier ist euer Omni mit einem neuen Video. Diesmal geht es um eine Tierliste der Kulturen von Age of Wonders 4. Ich werde jetzt mal so eine Reihe machen zu Tierlisten, mal gucken wie viel ich da heraushaue. Erstmal geht es um die Kulturen, stand jetzt März 2004, nach mehreren DLC, zwei neuen Kulturen, die dazugekommen sind. Und einfach mal ein Eindruck davon, was ich persönlich nach jetzt mittlerweile glaube ich 300-400 Stunden auch brutal von diesen Kulturen jeweils halte. Wichtig ist, einige von Kulturen haben sich ja auch im Laufe der Zeit der Patches verändert. Ja und wie gesagt, es sind ja zwei auch neue dazugekommen. Wir schauen uns das so an, also da wird ja schon mal vorbereitet, seit mental. Wir schauen uns natürlich im Spiel die ganzen Bücher an, die Einheiten an und gucken an, was da für Technologien rauskommen. Es wird nicht so eskalieren wie bei Planetfall, weil die Kulturen selber ohne die Zauberbücher nicht ganz so tief sind, wie jetzt die Rassen damals bei Planetfall. Von daher wird es wohl nicht ganz so ausführlich, aber ich will euch trotzdem schon mal warnen, es wird kein Video, wo ihr mit zwei Minuten pro Kultur rechnen müsst. Ich will schon genau darauf eingehen und dann werde ich relativ spontan mich entscheiden, wo ich die verschiedenen Kulturen einordne. Generell kann man schon mal sagen, dass alle Kulturen natürlich irgendwo ihren Platz haben und jetzt hier nicht irgendwas total, ja weiß nicht, außen vor steht, wo man wirklich großartige Probleme hat. Aber da gehen wir ja dann nochmal einzeln rein. Fangen wir doch einfach mal an, indem wir uns die Barbarenkultur anschauen. Die Barbaren an sich haben natürlich die Fähigkeit, dass sie früher, war es so, Nahkampfschaden beim ersten Schlag mehr machten. Die Fähigkeit haben sie aber stark gebufft, würde ich sagen. Denn jedes Mal, wenn ihr mit einer einer krittet, und egal ob Nahkampf oder Fernkampf, werdet ihr jetzt Verderbnisschaden machen. Schauen wir uns das einfach mal im Spiel an. Also hier sehen wir das, wenn wir einfach unsere Funktion erstellen. Und dann sehen wir den wilden Hieb. Dieser wilde Hieb war, wie gesagt, früher nur für Nahkämpfer, nur beim ersten Schlag im Kampf. War natürlich jetzt auch nicht genial, aber ich muss sagen, als ich hier nochmal reingeschaut habe und dieses Abprojekt gesehen habe, habe ich schon gedacht, wow, das ist schon ziemlich, ziemlich krass. Weil man natürlich mit gewissen Builds sehr viele kritische Treffer auslösen kann. Und ihr seht dann, dass ihr für wiederholte Angriffe dann vier Verderbnisschaden, für einmalige Angriffe acht Verderbnisschaden macht. Was extrem krass ist, gerade eben, weil es jetzt auch die Fernkämpfer betrifft. Weiß nicht, ob das nicht sogar ein bisschen zu krass ist, dass es bei allen Standardangriffen ausgeführt wird. Aber an sich ist es natürlich eine coole Idee. Da haben wir das, was ich ja auch in den Videos jetzt erzählt habe. Damit wirkt die Kultur natürlich schon sehr, sehr, sehr stark. Wenn man halt auch so ein Crit-Bild dann macht. Also wirklich sage, ich gehe voll auf kritische Treffer, erhöhe also meine Moral und gucke, dass meine Einheiten möglichst maximalen kritischen Treffer beursachen. Dann haben wir natürlich die Bauwerke. Die finde ich so ein bisschen schwierig. Gehen wir gleich auch mal drauf ein. Hier steht Nahrung und Einberufung. Meiner Erfahrung nach, oder ich kann mich natürlich auch vollkommen täuschen, ist es vor allem so, da können wir einfach mal hier reingucken, wenn wir auf die Gebäude gehen, dass wir tatsächlich viel haben, was Wissen und Einberufung gibt. Wir sehen das hier. Das können wir nicht einfach hier mal durchklicken. Wir haben die Ahnenhalle der Seher. Da gibt es den Wissen und Einberufung und keine Nahrung. Die Kampfritualstätte, können wir jetzt auch drauf gehen, gibt auch Wissen und Einberufung. Das heißt, die werde ich zuerst bauen und das gibt auch Wissen und Einberufung. In meinen Augen einfach nur falsch, dass das so da steht. Deswegen wäre es Wissen und Einberufung, was aber wiederum, und darauf will ich ja hinaus, sehr gut ist. Denn Wissen und Einberufung, oder gerade Wissen, ist halt eh immer extrem stark. Und wenn ihr dann nebenbei noch schnelle Einheiten bauen könnt, womit ihr euch ja dann besser auf, nicht beschwören, sondern an den Bauern von Einheiten spezialisieren könnt, ist das natürlich eine Win-Win-Situation, weil ich persönlich sehr selten die Einberufungsgebäude alleine baue. Aber hier mit dem Wissen dabei würde ich immer zuschlagen. Das heißt, es macht die Gebäude natürlich sehr stark. Ja, und das dritte Gebäude, was die Kultur kriegt, ist auch super, super gut. Das kriegt ihr ja erst, wenn ihr das dritte Hauptgebäude gebaut habt. Dann wird immer dieses spezielle Kulturgebäude freigeschaltet. Da gibt es mal bessere, mal schlechtere. Aber auch bei der Barbarenkultur, oder eben auch bei der Barbarenkultur sehr gut, ist dieses Gebäude, nämlich Schrein des Kriegsgottes. Ja, das erste ist erstmal gut im Gebiet. Ist so, ja, okay. Okay, plus 10 Moral heißt aber wieder mehr Kritz, was ganz cool ist natürlich, wenn man verteidigt. Aber wichtiger ist das Zweite, wenn ihr das relativ schnell irgendwie hinbekommt, was natürlich schon auch passen muss, dann kriegt ihr Aggression des Kriegsgottes. Dann können die Nahkampf- und physischen Fernkampfangriffe von den Einheiten, die da produziert werden, plus zwei physischen Schaden machen. Das ist also wie so eine Einheitenverzauberung, für die ihr keinerlei Abkipp bezahlen müsst, also keinen Unterhalt bezahlen müsst, was halt extrem stark ist. Wichtig, die müssen natürlich produziert werden. Wiederum, ihr seid hier nicht auf der Linie des Beschwörens, würde ich euch nicht empfehlen, die Kultur als Beschwörer zu nehmen, sondern natürlich als ich baue meine Einheiten. Da könnt ihr dann als Fernkämpfeinheiten oder Nahkampfeinheiten nehmen. Magie-Einheiten sind bei dem Angriff auch mit drin, hier natürlich nicht. Hier steht da extra physische Fernkampfangriffe. Das funktioniert nicht mit magischen Angriffen. Trotzdem bekommt ihr zwei Schaden, was eine sehr, sehr, sehr gute Sache ist. Ey, Zauber sind relativ schnell abgehandelt, das wäre der nächste Punkt. Die Reihenfolge kann sich auch mal wandeln, gerade was mir so anfällt, was am besten ist. Ihr habt hier immer drei verschiedene Dinge, die einzigartig sind, wobei das hier immer dasselbe ist. Das Mal der Brutalität jetzt hier, die ist bei den anderen genauso. In der Form gibt immer die Sonderfähigkeit, die besondere Fähigkeit der Kultur weiter. Was natürlich hier ganz cool ist, das ist dieser wilde Heap, den ich eben erklärt habe. Den könnt ihr dann auch an alle Kreaturen abgeben, die nicht zu unserer Kultur gehören. Und damit natürlich einen riesigen Vorteil erhalten, weil ihr die, alle Einheiten dann auf diese Crit-Spezialisierung machen könnt. Weil, ihr seht ja, es ist ja generalisiert. Das heißt, jeder Standardangriff macht halt, wenn er einen kritischen Treffer auslöst, mehr Schaden. Sehr, sehr cool. Sehr stark haben sie. Ich weiß gar nicht, wann das geändert wurde, in welchem Patch. Fragt mich nicht. Will ich jetzt auch nicht unbedingt nachgucken oder sonst was. Es ist auf jeden Fall sehr stark jetzt auch eben mit diesem Buff für alle Einheiten. Denn da könnt ihr wirklich alle, die ihr bauen könnt, wie gesagt, am besten. Muss ja nicht sein, aber wäre halt spezialisierter. Könnt ihr damit richtig schön nochmal buffen. Und könnt ihr alle möglichen Strategien, wie jetzt Evolutionsstrategien, Fernkampf- und Nahkampfstrategien, wie ich schon sagte, verfolgen. Dann haben wir Siegesvisionen. Ja, gibt halt einfach Glück. Warum ist das gut? Ja, ihr habt halt dreimal Glück. Das heißt, 30% mehr kritische Trefferchance. Was ziemlich cool ist. Und es würde halt Unglück kontern, damit ihr nicht irgendwie diese kritischen Fehlschläge macht. Also fumbled, wie es auf Englisch heißt. Sondern könnt halt diese, ja, Fähigkeit eures Wildenschlages nochmal oder Wildenhebs nochmal ausnutzen. Jetzt langfristig, muss ich sagen, sind solche Fähigkeiten am Anfang oder diese Kulturfähigkeiten relativ schnell obsolet. Da habt ihr halt Sachen, die vielleicht cooler sind, die ihr später zaubern wollt. Aber für den Anfang, wenn man einfach mal irgendwie gerade so einen schweren Kampf hat und ein bisschen Vorteil braucht, ist das natürlich sehr cool. Und es ist halt gut in dem Thema mit drin, mit diesem Krit-Schaden. Und dann haben wir noch Lied der Verwegenen. Das ist, ja, auch gut, natürlich, wenn man es situativ gut anwendet. Eine Einheit wird dann unkontrollierbar, greift immer das nächste feindliche Ziel an. Wichtig ist aber, denkt daran, wenn kein Feind in der Nähe ist, greift er auch Verbündete an. Deswegen, ja, weiß ich nicht. Naja, aber damit könnt ihr zum Beispiel jetzt euren Berserker, wo wir nachher noch zukommen, der ja eh eine Runde unsterblich hat oder sowas, vielleicht nochmal zusätzlich Waffen, bevor er in diese Phase der Unsterblichkeit fällt. Ihr könnt eure Einheiten, die vielleicht viel austeilen, aber nicht diese Unsterblichkeit haben, nochmal vollen Maximalschaden machen lassen, weil ihr keine Schadensabzüge bekommt. Ja, und ihr kriegt das dreimal gestärkt, heißt plus 20% Schaden. Ihr merkt also das Thema. Barbarisch ist natürlich, auch wenn wir über den Namen dann schreiten können und man sich da nicht etwas hätte Kreativeres auszudenken können als barbarisch, aber ist auf jeden Fall voll auf Brutalität, richtig in-your-face-Geschichten. Hier geht es um maximalen Damage-Output von individuellen Einheiten und das ist natürlich relativ einfach auch. Und da will ich ja natürlich auch darauf eingehen, wie schwer oder einfach spielt die Kultur dann. Dann gehen wir noch auf den Pfahlwald ein. Das ist ja auch immer so, dass ihr eine spezielle Provinzverbesserung habt. Hier, die ist auch ziemlich cool. Ihr habt halt Nahrung, Produktion, was immer geht. Also könnt ihr einfach automatisch mitnehmen und ihr kriegt Pro-Fürsterei, wo man einiges mit diesen vor allen Dingen Chaos-Büchern noch kombinieren kann. Die Horde, glaube ich, ist es. Da könnt ihr mit den Fürstereien schöne Spielereien machen und noch mehr Einberufung kriegen, um wirklich eure Einheiten auch noch schneller zu bauen. Und die Feindlichen Einheiten werden demoralisiert. Ja, ist halt, wie gesagt, defensiv ganz nett. Aber wichtig ist dann halt immer die Einnahmen eigentlich. Und die sind generell schon gut am Anfang. Müsst natürlich gucken, dass ihr Fürstereien drum baut, wo ich wirklich sagen könnte, das ist eine richtig coole Provinzverbesserung. Weil sonst gibt es da tatsächlich bessere. Aber wenn ihr das gut maximieren könnt oder relativ gut maximieren könnt, darf ich 21 Einberufung rauskriegen, plus die anderen Einnahmen, ist es eine ziemlich coole Geschichte. Dann haben wir natürlich auch noch die Heldenfähigkeiten. Die beiden Fähigkeiten, ihr seht, mehr kritische Trefferchance, was natürlich gut ist, weil der Held dann natürlich zu einem richtigen Brutalo werden kann. Durch eben diesen wilden Hieb und mal der Brutalität eben, um diesen wilden Hieb zu bekommen. Da müsst ihr aber die beiden Fähigkeiten auch freigeschaltet haben. Und Blutrausch, das ist ja nett. Man muss halt was töten, dann kriegt man 10 HP. Ist nicht so gut wie Lebensraub natürlich, aber ist ganz okay. Würde ich jetzt tatsächlich nicht wählen, ehrlich gesagt. Also wenn ich nicht irgendwie verzweifelt bin und gar keine anderen Fähigkeiten habe. Aber diese beiden Sachen sind natürlich schon ziemlich cool, wenn man halt auf Barbarenkultur spielt. Dann haben wir noch als allerletztes das Ritual der Eilfertigkeit von den Fähigkeiten. Das ist ein sehr langer Text. Wenn ihr im Stadt- oder Außenposten steht, das war früher auch anders, dann könnt ihr 50% der Trefferpunkte und 100% Bewegungspunkte wiederherstellen, was ziemlich krass ist. Und ihr werdet nicht mehr erschöpft durch den Gewaltmarsch, den ich mittlerweile auch fast gar nicht einsetze. Aber mit Barbaren kann man ihn halt sehr gut einsetzen. Früher war das krasser, da konnte man irgendwie einen Gewaltmarsch machen, ohne eigentlich Abzüge zu bekommen. War extrem im Balance. Ja und das hat so eine Abklingzeit. Das kann also nicht die ganze Zeit benutzt werden. Jetzt sind da noch Sachen, die hier nicht unbedingt stehen. Und zwar können die Barbaren, wenn sie es nicht geändert haben, jetzt im letzten Patch, das kann natürlich auch durchaus sein, dann haben die Barbaren die Fähigkeit, dass die Speer, das ist extrem krass. Und deswegen ist die Barbarenkultur nochmal krasser, obwohl sie eh schon sehr einfach und sehr direkt ist. Krasser, dass ihr eure Speer-Einheiten auch noch Außenposten errichten könnt. Das sehen wir hier, ich habe mal ganz kurz mal die Speeren angeschaltet. Nicht, dass ich einen Quatsch mache, ja ist auch noch immer möglich. Das heißt, als einzige Kultur könnt ihr Außenposten errichten. Das ist so genial. Das darf man niemanden schätzen, wenn es halt um den strategischen Aspekt geht. Das heißt, ihr habt jetzt zwar eine Kultur, die massiv auf die Fresse gibt, auf Deutsch, aber ihr könnt auch noch strategisch Außenposten platzieren. Vielleicht am besten mit Naturfokus, sodass sie die billiger produzieren oder schneller produzieren können. Oder die billiger durch den Materiumsfokus produzieren können. Und dann haut ihr einfach überall Außenposten und sagt, ey, da könnte ich vielleicht eine Stadt errichten. Ey, hier ist ein cooles, altes Wunder. Ach, hier guck mal, hier habe ich eine magische Ressource. Ach, hier habe ich einen Mana-Knoten. Ohne, dass ihr wie alle anderen Kulturen, das müsst ihr euch merken, mit den Helden da hinlaufen müsst. Mit den Helden hinlaufen ist natürlich viel, viel mehr Arbeit. Dann verschwendet ihr Zeit, Kampfpotenzial und so weiter und so fort. Und das macht die Barbaran-Kultur natürlich nochmal krasser, als sie sowieso schon ist. Und wenn wir hier eh schon sind, ja, perfekte Überleitung. Gucken wir uns auch mal die Einheiten an. Es sind ja immer sehr wenige, geht also relativ flott. Spalterin, extrem gute Einheit. Hat halt den Vorteil, jetzt sogar früher war es so, dass man den ersten Nahkampf angefallt gut nehmen konnte, mit diesem wilden Hieb. Was einfach richtig viel Schaden macht. Das heißt, sie konnten erstmal auf den Fernkraft die Wurfsperre schmeißen. Macht damit gespaltene Verteidigung, was sehr gut ist. Die ist sehr flexibel, kann sich auch sehr gut bewegen, weil sie halt auch flink hat, kann sie auch, wird sie auch nicht verlangsamt und löst keine Gelegenheitsangriffe aus. Das heißt, ihr könnt immer auf Reichweite gehen und den Fernkraftangriff auslösen und konntet früher halt immer mit dem Schlag auch noch diesen extrem starken Nahkraftangriff machen. Das heißt, am Anfang werden die jetzt wahrscheinlich ein bisschen schwächer sein, wenn man weniger Crits macht, was ich gut finde, weil die war schon sehr stark für den T1 Einheit. Aber man hat halt weniger Chance, diese vier extra Schaden zu bekommen. Genauso hier habt ihr aber jetzt die Fähigkeit, acht extra Schaden zu bekommen. Das heißt, wenn ihr relativ früh gut auf Crit kommt, könnt ihr eigentlich mit denen hier, müsst ihr fast immer selber kämpfen, aber eigentlich alles überlaufen. Die sind halt wirklich extrem stark, aber jetzt nur situativ im Balance. Dass die glitschig haben, ist halt schon ziemlich cool, weil keine Gelegenheitsangriffe, sehr mobil sein, ohne Fernkraft, ohne relativ guten Nahkampfangriff zu haben, plus diesen extra Schaden, den man kriegen kann, plus noch ein Debuff, ist schon ziemlich mächtig. Die sind natürlich, dafür seht ihr ja auch an den Verteidigungswerten, extrem schnell tot, aber halt sehr schnell. Wie ihr seht, 40 Bewegungspunkte, was nicht unbedingt normal ist. Wird auch nicht verlangsamt durch Gelände. Sehr cool. Krieger, das sind halt so diese Einheiten. Das ist halt eine Schildeinheit. Was sie ganz cool macht, ist halt, ihr könnt betäuben. Betäuben darf man ja auch niemals unterschätzen. Ich glaube, das können die Krieger und ich glaube von Astral auch diese Schildeinheiten. Damit sind sie dann auch besser, oder zumindest von Utility, von Unterstützung her, besser. Ansonsten sind sie natürlich die 0815. Ich habe ein Schild in der Hand, habe deswegen hohe Verteidigung, halte ein bisschen weit aus, aber habe eben diesen krassen Schild Prügel, wo ich halt eine Betäubung ansetzen kann und werde sogar noch einen Verteidigungsmodus gesetzt. Und da der hier auch noch den Schild, weil halt heißt auch noch, dass alle angrenzten verbündeten Einheiten nochmal zwei verteidigen, zwei Widerstand bekommen und ihm gegen flankieren werden. Was extrem stark ist, das darf man nicht unterschätzen, die sind halt langweilig, diese Einheiten, aber sind natürlich trotzdem sehr stark. Und wenn man halt dann noch stunnen kann damit, ist das natürlich eine coole Sache, gerade auf T1, auf jeden Fall ein schönes Komplettpaket, trotzdem ist es nicht das spannendste. Ja, Unterstützungseinheiten. Ich und Unterstützungseinheiten sind immer so ein bisschen auf dem Kriegsfuß. Wir haben halt unseren Einstoß hier, das wäre jetzt der Giftstoß und kann halt Vergiftung zufügen, ist ganz nett, aber nicht sehr viel Schaden, das ist ja auch nicht die Aufgabe, sondern wir haben hier halt diese Heilung. Was ganz cool ist, ist eine AOE-Heilung, gibt 10 Trefferpunkte und gibt halt noch mehr Schaden und Regenerationen. Also ganz nett, einen mal dabei zu haben, so ne, mehr nicht. Einen dabei haben, einen als Heiler benutzen, damit wir irgendwie mal eine Regeneration draufhauen, sodass unsere Einheiten auch fit bleiben. Ansonsten wird Damage, ist der nicht da. Ich habe jetzt noch nicht ultra viel mit den neuen Methoden, dass die Einzelangriffe durch die Verzauberung mehr gewafft werden, gespielt, aber da die Unterstützungsverzauberung meistens auch nicht auf Schaden gehen, also seltener auf Schaden gehen, ist es halt einfach so, dass sie generell nicht schadensgebufft werden. Von daher, keine Schadenspersonen nimmt man mal einmal mit, damit man heilen kann. Das ist ganz nett am Anfang gerade, damit man so einen Kampf, der auch etwas schwerer ist, durchstehen kann, aber auch ganz Standard, nichts Besonderes. Und die Furie, auch relativ Standard. Ihr seht, was hat sie für Eigenschaften? Nichts eigentlich. Die könnte Kavallerie wieder haben, ja, da könnte man eigentlich auch noch drauf eingehen. Ist jetzt aber nicht ganz so wichtig. Ihr seht das immer hier an diesem Symbol. Wichtig ist, sie hat einfach einen Bogen, schießt damit, 10 Schaden ist ganz nett und erhält wohl gestärkt, wenn sie Angriffe trifft. Das heißt, sie wirkt zu einer schönen Glaskanone, aber jetzt ohne besondere Fähigkeiten, außer eben dieser Raserei. Das heißt, einfach mehr Schaden, aber jetzt nicht überwältigend Schaden. Also da finde ich die Spalterin für ihr Tier 1 deutlich besser. Ist aber okay. Wenn ihr sagt, Fernkraftstrategie, könnt ihr damit schon mal anfangen und dann auf jeden Fall auf C4 Bogenschützen oder sowas upgraden, um wirklich maximalen Schaden zu erreichen. Und dann kommen wir zur dritten Einheit, oder T3 Einheit, Schockeinheit. Extrem stark natürlich, einfach durch die ganz einfache Sache, dass wir Zorn des Berserkers haben. Wenn ihr gegen die gekämpft habt, schon mal häufiger wisst ihr, was ich meine. Denn diese Einheiten, ich habe ja schon mal in einem Video erklärt, wenn ihr das nicht gesehen habt, guckt euch mal dieses Let's Play an. Da, wo ich da mit dem Drachen geschnitten hatte, ein bisschen albern war. Da ist es nämlich so, dass die ja auf 33% dann unsterblich werden für eine Runde. Und da hat er ja auf Ordnung, kann man das auch hinkriegen, dass sie unsterblich werden. Und der große Schwachpunkt von so Sturmhebeinheiten ist eigentlich, die laufen hin, dann hauen die einmal krass zwar zu, wenn du dabei einigermaßen geschickt bist, kriegst du es bei der KI gerade hin, dass sie nur über ein Feld angreifen. Das heißt, die kriegen auch, das sieht man ja hier, weniger Schaden, wenn die nur ein Feld gelaufen sind. Natürlich haben die dann sonst krasse Fähigkeiten noch, aber machen dann halt einmal Schaden, danach tötest du die. Aber diese Fähigkeit kontert das halt in sich schon, indem sie die Zorn des Berserkers hat. Das heißt, wenn du die auf 0 HP runterhaust, stirbt die nicht, oder auf 1 HP dann eben, sondern wird standfest. Und das bedeutet, dass sie mit einem Trefferpunkt da stehen bleibt und ein unsterbliches erstmal eine Runde lang. Und Berserkerwut haben wir eben ja schon mal erklärt. Das heißt, sie macht auch vollen Schaden, obwohl sie auf 1 HP rumgümmelt, was sie gerade als Gegner extrem stark macht. Auch in deiner eigenen Armee natürlich sehr stark ist. Das Problem ist aber, die Verlustrate bei Berserkern, bei schweren Kämpfen ist sehr hoch. Trotzdem sind sie natürlich eine sehr krasse Einheit. Wenn ihr da viel Crit drauf habt und die richtig schön als so eine brutale zwei runden Glaskanone nach vorne schickt, könnt ihr, wenn ihr Glück habt und dann genug Schaden habt, auch eine Armee schnell überwältigen. Nur wie gesagt, die Verlustrate allgemein ist sehr hoch. Die Werte von Defensive sind jetzt auch nicht beeindruckend. AP sind okay. Kann man ja natürlich auch alles noch deutlich baffen. Nur dass ihr da eben bewusst habt, ist eine sehr gute Einheit, aber hat halt natürlich auch seine Schwächen beziehungsweise muss schon sehr speziell eingesetzt werden. Ist also nicht so einfach wie jetzt generell die Kultur sehr gut zum Arbeiten zu bekommen. Aber klar, damit kann man natürlich komplette Armeen auseinandernehmen. Und ich wurde auch schon häufiger mal von Berserkern auseinandergenommen. Das ist zum Beispiel, dieser eine ist zum Beispiel ein Grund, warum ich dieses Erdzerstören da immer nehme, wodurch man ja eine Instant-Todeschance hat. Weil wenn ihr Berserker nämlich direkt mit diesem Zauber töten könnt, seid ihr den los. Dann kann er nicht unsterblich werden. Weil das nämlich den Zauber nicht auf 1 HP runtergeht, sondern einfach direkt getötet wird. Ich habe jetzt den Zauber nicht mehr auf dem Kopf, wie er heißt. Ich kann ja mal schnell gucken. Ja, natürlich Zermalmende Erde. Da habe ich euch ja schon mal empfohlen. Nehmt ihr auf jeden Fall. Ist halt Stufe 3 oder niedriger. Deswegen wichtig, der Berserker zählt danach zu. Und er kann sofort sterben. Wenn er sofort stirbt, ist diese Fähigkeit negiert. Dann kann er nicht unsterblich werden. Das ist ein Grund, warum ich anfangs schon in den ersten Playthroughs gesagt habe, okay, Zermalmende Erde ist einfach eigentlich immer ein Muss. Musst du einfach immer haben. Weil du damit halt, wenn die Armeen, weil die KI hat halt teilweise dann 3, 4, 5, 6, 7 Armeen, nur Berserker, wenn du die hast und das so 3, 4 mal von denen, 3 mal, 4 mal wirken kannst und 3, 4 Berserker umbringen kannst, ohne überhaupt zu kämpfen, ist das ideal. Aber das nur am Rande. Ja, und jetzt haben wir alle Informationen. Ne, ich will kein DevTool, danke. Alle Informationen, ja, ihr habt es ja schon gemerkt, dass wir Außenposten bauen können mit Sperren, ist schon einfach genial. Das alleine, finde ich schon, führt schon dazu, dass es niemals in irgendeinem niedrigen Bereich sein kann. Sondern das wir eigentlich schon so bei S bis B sind. Dann kommt dazu, dass die Fähigkeit jetzt bei allen Fernkämpfern und Nahkämpfern bei jedem Crit wirkt, wo man relativ gut drauf hinspielen kann. Damit ist es schon S und A. Die Einheitenvariation mit den Spalterinnen und so ist halt in Ordnung. Der Berserker ist halt eine sehr starke Einheit, wenn man sie gut benutzt. Von daher auch das schon höher. Dann kommen die speziellen Gebäude, die ja nicht Nahrung, denkt dran, das sind Fehler einfach in der Übersetzung. Schade, dass sie das noch immer nicht korrigiert haben. Nicht Nahrung-Einberufung geben, sondern Wissen-Einberufung. Was natürlich nochmal cooler ist, weil ihr Wissen automatisch bekommt, wie bei einer Bibliothek. Und zusätzlich noch schnell Einheiten rekrutieren können. Also gerade, deswegen S ist es auf jeden Fall, gerade wenn ihr sagt, ich bin noch neu im Spiel, komme nicht so gut klar, ist die Barbarenkultur halt super. Selbst wenn ihr alle Einheiten vergesst, einfach um diesen Buff mitzunehmen, wenn ihr krittet, viel Schaden machen, geht voll auf Crit. Total einfach ausgespielt, total einfach mitgenommen. Ihr könnt mit euren Sperren überall Außenposten verteilen und damit richtig schön Gebiet abstecken. Das könnte mit keiner anderen Kultur so gut. Deswegen extrem potent, extrem stark. Und ihr könnt halt, und wichtig nochmal, spielt bitte nur auf gebaute Einheiten, nicht beschworene Einheiten. Also könnt, wenn ihr gebaute Einheiten benutzt, also alle, die in der Stadt produzieren können, könnt ihr aber noch zwei zusätzlichen Schaden bekommen, neben allen Verzauberungen. Und habt damit ein sehr, sehr geradliniges, gutes Konstrukt von Baut-Einheiten in der Stadt, macht massiv viel Schaden und breitet euch auch noch schnell aus. Und dadurch ist Barbarenkultur auf jeden Fall top tier. Da kann man eigentlich in meinen Augen nicht drüber diskutieren. Aber ihr könnt natürlich immer sagen, was ihr meint. Nebenbei, wenn ihr schnell noch einen Daumen hoch da gelassen habt, abonniert habt, könnt ihr in den Kommentaren auch nochmal schnell schreiben, was ihr denn dazu sagt. Ja und das waren schon mal 20 Minuten und dann gucken wir uns mal die dunkle Kultur an. Dunkle Kultur, dafür springen wir direkt mal ins Spiel. Pinza heißt sie auf Deutsch, aber ist ja eigentlich dasselbe. Diktatorisch und so weiter. Hat folgende Vorteile und zwar haben wir schwache Ausmerzen. Was auch eine sehr coole Sache ist. Auch da kann man sehr gut drauf spielen. Wichtig ist, jede Einheit, die geschwächt ist, der fügen wir 20% mehr Schaden zu. Das heißt, jede unserer Kultureinheiten tut das und wenn wir nachher den Zauber erforschen, den wir ja eben schon erwähnt haben, dann können wir auch Schwäche ausnutzen und wir können dadurch 20% mehr Schaden machen und wichtig auch, wir kriegen auch noch die Fähigkeit Regeneration. Heißt, wir heilen uns auch noch ein bisschen pro Runde. Hier sieht man es nochmal. 6 pro Runde greift ihr mehrfach an, die geschwächte, also geschwächte Einheiten an. Könnt ihr auch bis zu 5 mal das Ganze stapeln und dadurch natürlich eine ordentliche Regeneration erhalten, was eine ziemlich coole Sache ist. Dann haben wir die Stadtbauwerke, die gehen wir ja gleich drauf ein und wir können, das war auch ein bisschen buggy, ist jetzt glaube ich endlich gefixt worden, Stadtstabilität, negieren. Das war meiner Meinung nach, wenn ich mich nicht irre von ein paar Patches, noch ziemlich komisch, aber ist halt so. Und ihr kriegt minus 10 Einstellungen, ja, weil ihr halt eine finstere Kultur seid, ist halt so. Machen wir es so, wie wir es eben bei der Barbarenkultur gemacht haben und zwar gucken wir uns die Bauwerke an. Wir kriegen diesmal Wissen und Gold, auch sehr gut, wie ich eben schon erwähnte, das wiederholt sich jetzt, das heißt, wir können da ein bisschen rückter rangehen. Ihr kriegt Wissen dazu, Wissen ist immer super und Gold habt ihr ja hoffentlich in meinen Videos, wenn nicht, schaut sie euch an, Tutorials und so weiter. Wir sehen, dass Gold essentiell für jeden Schritt in diesem Spiel ist. Auch nach der 50. Runde macht ihr immer tausende Gold, von daher sackt euch das ein und gerade sowas wie diese Experimentierkammer ist dann super und als nächstes kommt das Untergrundlabor, hat natürlich exakt den gleichen, die gleiche Idee, 5 Wissen, 10 Gold. Und ich meine, da war es früher so, dass sie teilweise Minuslaune brachten, das war irgendwie sehr merkwürdig, also du solltest als finster Kultur diese schlechte Stadtstabilität umgehen können, aber alles hat dir irgendwie Minuslaune, also Minusstadtstabilität gegeben, was total merkwürdig war, aber kann auch nur sein, dass ich da, weiß nicht, irgendwie verwirrt war und mich vertan habe, aber ich bin mir relativ sicher, dass ich immer gedacht habe, hä, die Kultur soll das umgehen, aber sie hat die schlechteste Stadtstabilität von allen, sehr merkwürdig, zum Gehen kommen wir ja dann, wenn wir uns jetzt das letzte Gebäude ansehen. Aber nochmal, ihr seht wieder Wissen, Gold, ja, ist eine super Sache, warum nicht? Das ist immer eine gute, gute Geschichte. Denkt daran, dass die Gebäude auch teilweise Sachen ersetzen, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, das spielt man einfach automatisch weiter, ihr seht hier, das würde wohl wahrscheinlich irgendwie in diese Verkäuferschiene reingehen, ist mir aber ehrlich gesagt egal, es ist halt wichtig, ihr kriegt hier Wissen dazu, was dieses Gebäude immer sehr, sehr attraktiv macht. Ja, und dann gibt es den Lebensherrennturm, wobei auch schon da eine Besonderheit kommt, bei allen anderen Kulturen werden wir bei drei Gebäuden durch. Hier gibt es tatsächlich fünf Gebäude, weil wir wie auch in dem Fenster eben stand, noch durch Gefängnis und so weiter eine besondere Besonderheit haben oder besonderer Einfluss oder Ressourcen bekommen. Und ich glaube, da war auch das mit der Stadtstabilität halt negativ. Egal, kommen wir gleich zu. Dann habt ihr den Lebensherrennturm, das ist das, was wir eben hatten mit den Kriegsschreien, ist natürlich vergleichsweise extrem viel schlechter, ja, Punkt, weil ihr kriegt nicht bloß zwei Schaden für jede Einheit, die ihr produziert habt, sondern ihr verhindert die Abspaltung von Provinzen aufgrund einer geringen Stadtstabilität habe ich noch nie in diesen ganzen Stunden, selbst wenn ich schon schlechte Stadtstabilität hatte, jemals gesehen, dass mir eine Provinz abgegangen ist. Und ich habe mich da wirklich auch nicht drum gekümmert, dass ich sage, oh, ich habe aber jetzt, oh mein Gott, Stadtstabilität, oh je, mir, nee, sondern ich habe es einfach laufen lassen und die ist dann auch mal schlecht geworden. Irgendwann habe ich mal eine Taverne gebaut, mehr gibt es ja auch nicht. Taverne, Badehaus, das war es. Und hier halt noch ein paar Gebäude, jetzt in dem sie upgradet wurde und die Bugs behoben worden sind. 10 Einberufung. Ist okay, aber nicht gut. Dafür, dass man dafür eine dritte Stufe braucht, ist es ziemlich, ziemlich lame. Von daher, ja, so ein Schulterzucken nichts Besonderes. Dann haben wir noch zwei weitere Gebäude, wie gesagt, das ist ein Einleihnenstellungsmerkmal dieser Kultur, alle anderen haben drei Gebäude und das ist jetzt auch wirklich gebufft, also richtig gemacht worden, das war vorher anders. Nochmal, guckt mal in älteren Videos rein oder denkt mal selber nach vor einem Jahr fast, wie es gespielt hat, da war die Stadtstabilität über negativ. Jetzt habt ihr plus 20 Einleihnenstadtstabilität, ist eine coole Sache, kann man auf jeden Fall mitnehmen, weil die durchaus ja die Produktion erhöht und sowas. Wie gesagt, man achtet da eigentlich kaum drauf, aber wenn man es so umsonst dazukriegt, ist ganz cool und ihr habt halt, das ist so der Ersatz für die Gruft, das Ritualmausoleum, kriegt generell fünf Mana dazu und dann eben die zwei Mana pro Helden der Gruft. Das müsste exklusiv sein, das heißt, ihr könnt nicht nochmal die Gruft bauen, sondern habt dann nur dieses Ritualmausoleum, das heißt, was kriegt ihr dazu? Fünf Mana und 20 Stadtstabilität ist ganz nett, ist halt ein zusätzliches Gebäude, warum nicht, kann man mitnehmen, passt doch eigentlich. Ja und dann als letztes noch den vorherkerker, auch dasselbe Prinzip, ihr habt zwei Wissen pro Held im Gefängnis, das ist also wie immer das Gefängnis, was ihr habt, habt zehn Stadtstabilität und fünf Wissen, also auch ein bisschen mehr Wissen, mehr Stadtstabilität, wie gesagt, ist einfach ein extra Gebäude, ich kann da jetzt nicht zu viel zu sagen, Wissen ist immer gut, deswegen nimmt man es einfach mit, ist aber jetzt nichts Besonderes in dem Sinne, dass ihr sagt, wow, das macht das jetzt einzigartig, außer eben, dass wir wirklich dieses Thema jetzt haben, dass die finstere Kultur, komischerweise die Stadtstabilität, deutlich erhöht, eben durch diese brutalen Rituale, die sie haben, ist ja ganz nett, kann man auf jeden Fall mitnehmen, ist aber jetzt kein besonderes Alleinstellungsmerkmal, außer eben, dass sie fünf Gebäude haben, während die anderen nur drei haben. Dann gehen wir auf die Zauber ein, Brandmahl bräuchte nicht viel zu zu sagen, ihr seht, diese schwache Ausmerzen bekommen, die auch für richtig, guckt euch das an, ihr habt es schon immer so warm, dieses schwache Ausmerzen, die nicht der finstere Kultur angehören, und kriegen nur noch Nahkämpfer. Ich meine, das war nicht so, aber wieder da, könnt ihr mich auch korrigieren, gerne korrigieren, da werde ich nämlich auch schlauer, aber ihr habt nicht die Fernkämpfer mit drin, das heißt, die finstere Kultur spielt sich nicht mehr so stark, oder hat sich vielleicht noch nie, ich glaube aber nicht mehr so stark, mit Fernkampfeinheiten, außer eben die kulturellen eigenen Fernkampfeinheiten. Ihr seht, Nahkampfeinheiten, gerade Schockeinheiten, wozu wir ja auch gleich noch kommen, mit der T3-Einheit, können das sehr gut aussitzen, dann könnt ihr auch von kulturfremden Einheiten profitieren, aber ihr seht keine Fernkämpfe. Wahrscheinlich, weil das mit diesen 20% mehr Schaden schon ein bisschen krass war, weil ihr Schwäche relativ leicht zuweisen könnt, als Debuff, und dann 20% durch Fernkampf schon massiv wäre, auch durch Kampfmagier oder sowas, was vielleicht dann einfach auch Zeichen war, nee, das wird zu krass da. Haben wir Unwahlheit voller Fluch, ihr kriegt einfach gespaltene Verteidigung, Widerstand geschwächt, also da habt ihr schon dieses, wie kann ich schwächen, habt ihr alles in einem Feld, also ein AOE-Spell, könnt damit also schon mal ordentlich Schaden machen, und wir haben die Eisfesseln, einfach umkreist von zwei Feldern, was ganz cool ist, sehr cool am Anfang, dieses Verlangsamen kann sehr wichtig sein, wenn ihr gerade eine Armee habt, die vielleicht so vorne eine kleine Front hat, aber hinten viele Fernkämpfer, könnt ihr stärkere Einheiten damit zurückhalten, und macht auch noch ein bisschen Schaden, habe ich tatsächlich sehr oft mal benutzt, um halt diese Kämpfe zu verlängern, und damit auch stärkere Kämpfe, oder schwere Kämpfe zu besiegen, gar nicht schlecht. Dann haben wir, gehen wir erstmal die Heldenfähigkeit in dem einen, die schwache Aussatz, das haben wir ja gesagt, schwächt sind mehr 20% Schaden, bei den Helden geht es dann auch auf die Fernkämpfer, das ist kein Problem, grimmiger Henker, kriegen wir drei Glück, wenn wir einen anderen einen töten, ist okay, und den spaltenden Fluch ist ziemlich gut, sehr sehr gut, den kriegt ihr auch nur hier als Finsterer, könnt ihr eine feindliche AC-Leinheit, ordentlichen Schaden zufügen, und Schwächen, und noch zweimal Spalten, das ist schon ziemlich, ziemlich gut, gerade als Magier ist man hier sehr gut aufgehoben, weil man diese Fähigkeit mitnehmen kann, das gefällt ganz gut. Dann haben wir noch die dunkle Schmiede, hier ist Gold und Einberufung das Thema, und ihr kriegt Einberufung pro angrenzten Steinbruch, beziehungsweise angrenzter Mine, auch da kann man wieder einiges rausholen, Gold und Einberufung als erste Bonus ist okay, Gold ist halt immer gut, Einberufung kriegt man ja eh schon dazu, wäre ich mir lieber irgendwie Produktion zu bekommen, bisschen oder sonst was, aber ist auf jeden Fall eine nette Geschichte, wie alle Provinzverbesserungen, die wir haben, ja muss man halt wieder gut positionieren, und dann kann man dann sehr gut Einheiten bauen, wobei man hier auch, glaube ich, auf beschworende Einheiten gehen kann, weil man ja nicht festgelegt ist, wie irgendein Gebäude, was einem mehr Damage gibt, oder irgendwas Besonderes, wichtig ist halt, ihr müsst natürlich auf Einheiten gehen, die am besten halt dieses Brand-Malessons ausnutzen können. Wenn ihr also fremde, kulturfremde Einheiten nutzt, denkt gerade, dass ihr keine Fernkampfeinheiten bekommt, keine Kampfmagier, sondern nur Plänkleinheiten als Fernkampfeinheiten, das heißt, so ein Sturmbringer, den wir ja jetzt das letzte Mal gezeigt haben, der kann das noch immer ausnutzen, was ziemlich krass ist, aber halt solche Bogenschützen und so können das eben nicht. Ja, und dann sind wir bei den Einheiten, zum Sperr muss ich nicht viel sagen, zum Sperr kann man notfalls mal mitnehmen, das war's, dann haben wir eine T1-Schockeinheit, hat halt schwache Ausmerzen, was die Fernkampfe tatsächlich, habe ich gerade noch mal reingeguckt, alle nicht mehr haben, also schwache Ausmerzen ist tatsächlich da komplett entfernt worden, wie gesagt, wenn es schon immer so war, sagt es mir, dann habe ich aber komplett das Spiel damals auch falsch verstanden, aber sei jetzt auch nicht weiter, ist auch weiter nicht schlimm, der Folger ist dafür da, um Schwäche dann hinzuzufügen, gehen wir gleich drauf ein. Eine Schockeinheit T1, ich habe ja eben erklärt, was sind Schockeinheiten, wie gut sind die, ja, die sind ja Glaskanonen und wenn du dann eine T1-Einheit damit hast, dann macht die halt auch nicht viel Utility, die macht halt dann guten Schaden, wenn sie einmal hinkommt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das Ding stirbt, ist sehr hoch, also die baue ich mir eigentlich sehr, sehr ungerne, weil ich die einfach nicht als stark empfinde. Klar, du kannst viel Schaden machen mit schwacher Ausmerzen, absolut, wenn du dann noch drei Felder läufst, 20% pro zurückgelegten Feld, also 18 Schaden, plus 60% davon rechne ich jetzt nicht aus und dann nochmal 20% on top, ist natürlich schon ziemlich cool, er macht extrem viel Schaden, stirbt aber auch wie die Fliege, die halt gar keine Verteidigung mehr sehen können und 60 HP, extrem schwache Einheit, gefällt mir gar nicht gut, baue ich eigentlich so gut wie nicht, außer ich muss halt unbedingt irgendwie eine Frontline haben, kann mir nichts beschwören oder sonst wie zu herstellen, kann man die dann nochmal bauen, aber ich finde die nicht gut. Verfolger, klassischer Bogenschütze, ihr seht jetzt nicht schwächer Ausmerzen, aber ihr könnt Geschwächte zufügen, das heißt, das sind eure ersten Einheiten oder Fähigkeiten, womit ihr auch wirklich Geschwächte zufügen könnt, ohne irgendwie großartig Mahne auszugeben oder sowas, das heißt, sie sind auf jeden Fall Aktivator für eure Volksfähigkeit, die könnt ihr aber wie gesagt nur auf den Nahkampfeinheiten hier anwenden, Dunkelkrieger, Nachtwächter und Dunkelritter, Hexenmeister nicht. Ansonsten haben wir einen ganz klassischen Bogenschütze, schießt, keine Verteidigung, sehr wenig HP, extrem schwach, also sehr schwache Glaskanone, sollte man möglichst schnell austauschen. Nachtwächter ist halt euer klassischer Polearm, also Sperrträger, ganz gute defensive Werte, ganz nette HP, kann halt schwache Ausmerzen, damit auch gut Schaden machen, tatsächlich was sehr gut ist, hat halt dadurch auch natürlich die klassischen Fähigkeiten, wie Ansturmwiderstand, Erstschlag, was immer sehr, 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 sehr gut ist und kann hier noch angrenzende Einheiten, gespaltene Verteidigung, Widerstand geben. Also sehr cool eigentlich von der Utility, die würde ich immer eher bauen als diesen Dunkelkrieger, weil sie halt tatsächlich was aushalten, sehr gut auszeigen können, auch mit schwache Ausmerzen und sogar noch ein bisschen Utility haben. Also da deutlich besser natürlich, ist aber auch T2. Dann kommen wir zur coolsten Einheit, würde ich sagen, die man da erstmal kriegen kann, das sind die Hexenmeister, wenn man jetzt auf Kampfmager spielen will, ist der auf jeden Fall schon mal sehr solide, wird natürlich durch die drei Einheiten, vier Einheiten schnell ersetzt, aber ist trotzdem eine sehr starke Einheit. Wenn man sagen will, ich will Kultureinheiten spielen und Transformationen ausnutzen, ist das so mit der Kampfmager, auf den man gehen sollte. Einfach, weil er auch immer diesen Spaltenflug, den ich eben schon erklärt habe, damit kann man richtig schön Einheiten nuken, also wirklich fertig machen, wenn man dann noch ordentlich Verzauberungen drauf hat, kann man richtig ordentlich Einheiten vernichten. Kriegt aber keinen schwachen Ausmerzen, das heißt, die Kultur nochmal, spielt nicht auf Kampfmager, diese 20% Schaden kriegt ihr nur auf Nahkämpfer und Plänkler, denkt dran Plänkler. Also wer es eigentlich so empfiehlt, es wird auf Plänkler zu spielen. Sonst habt ihr alles Frostschaden und ihr könnt hier auch wieder Schwächen hinzufügen, das heißt, ihr habt auch euren Aktivator hier in dem und natürlich HP-technisch wie immer relativ niedrig. Und dann der Dunkelritter, der klassische, schon wieder eine Schockeinheit, ja, wir haben sehr viele Schockeinheiten als T3-Einheit, ziemlich langweilig, mal guter HP-Wert hat, relativ mittelmäßige Verteidigung, die können halt schwache ausmerzen, das heißt, massiv viel Schaden, 24 plus 20% mal 3, also 60%, plus 20% dann von dem Schwache ausmerzen und macht gespaltene Verteidigung. Sehr besonders ist aber die finstere Welle, denn das ist hier eine Kegelform in zwei Feldern vor sich, was sehr gut ist und halt Frostschaden macht und wenn ein negativer Statuseffekt vorhanden ist, doppelten Schaden. Also wenn ihr schwach, geschwächt drauf habt, macht ihr doppelten Schaden, was extrem stark ist. Hier steht nur Angriffe, das heißt, die Fähigkeit sollte nicht dazu zählen, aber trotzdem, wenn ihr halt doppelt rechnet, sind das schon 36 Schaden an allem vor euch und das macht den Dunkelritter tatsächlich zu einer der besten Kultureinheiten, weil er halt massiv viel AOE-Schaden machen kann, relativ tanky ist und halt ja gut, Sturmangriff, Sturmmieb hat, was ihn natürlich wieder so ein bisschen Glaskanone macht, aber trotzdem massiv Schaden austeilen da kann, wenn ihr die so 3, 4 unbeobachtet lasst und die hauen euch in eure typische Formation, diese finstere Welle mit Debuffs rein, dann kann die euch mal kurz vernichten. Von daher sehr stark. Also ich füge es nur mal ganz kurz dazu, also fall nicht darauf rein, hier steht Einheiten sind darauf spezialisiert, negative Statuseffekte hervorzurufen. Gut, das stimmt ja. Und die schwache Ausmerzen auszunutzen. Nein, das können nur noch die Nahkampf-Einheiten, nicht die Fernkampf-Einheiten. Und ihr seht auch, als glaube ich einzige Kultur, oder bin ich mir jetzt auch nicht sicher, wenn wir gleich durchgucken, hat es keine Support-Einheit in dem normalen Pool, ist aber in meinen Augen auch nicht so wichtig. Support-Einheiten kriegt man wirklich ja hinterhergeschmissen, wenn man einfach ein bisschen danach schaut. Ja, wo achtet man das jetzt ein? Ich finde es halt auf jeden Fall nicht so stark wie Barbarenkultur, das hat man vielleicht auch schon gemerkt, gerade jetzt auch, wenn nur die Nahkämpfer daran betroffen sind, obwohl ich eigentlich mit Finster lieber auf meine Kampfmaier gehe, weil ich halt diese krasse Kälteattacke habe, finde ich so ein bisschen gemischt. Dann kann ich zwar schlecht hinzufügen, was cool ist, ich habe einen sehr starken Dunkelritter, bin mit meinen Gebäuden ja auch im Wissen irgendwo drin, aber jetzt nicht so exzessiv im Wissen drin, habe irgendwie einberufen bei der dunklen Schmiede, Gold kriege ich überall, das ist cool, aber habe irgendwie so ein bisschen so thematisch alles und nichts, das kann natürlich ein Vorteil sein, weil ihr könnt strategisch mit denen eigentlich alles machen, die haben aber auch keinen, also außer dass sie halt Nahkampfeinheiten eigentlich in meinen Augen jetzt mehr im Fokus haben, haben sie halt keinen so richtig krassen Spezialisierung, außer der Dunkelritter mit schwachen Ausmerzen und der AOE-Welle, heißt ihr müsst auf jeden Fall D-Buffs hinzufügen, der macht dann auch ordentlich Schaden und das ist sehr krass, deswegen sind sie jetzt nicht ultra schwach oder stark, da sie jetzt auch die Stabilität ja auch endlich erhöhen, sind sie auch besser früher, die ist hier auf jeden Fall immer sogar bei C eingeordnet, also ich würde jetzt sagen einfach B und A, auch wenn ich B starkes B sage, können mich jetzt auch Leute wieder ruhig für steinigen, aber in meinen Augen ist es halt, wenn wir das einfach mal vergleichen, im direkten Vergleich, deswegen mache ich das jetzt gerade spontan, ist die Barbarenkultur halt einfach um Welten besser, um wirklich massive Welten besser, also ich habe jetzt irgendwas krasses vergessen, ist halt eine Barbarenkultur, die mit Fern- und Nahkämpfern halt viel mehr Schaden macht und da kann 20% können manchmal weniger sein, als diese 4 Verderbnisscherben pro Angriff, kann tatsächlich manchmal weniger sein und dadurch ist sie natürlich wirklich deutlich besser, wir können mal ein Beispiel nehmen, der, nehmen wir einfach mal hier diesen Nachtwächter, der hat jetzt 10 pro Angriff, dann hätte der 20% dazu, weil er schwächer aus ist, das heißt ein Fünftel dazu, das heißt 2 Schaden pro Angriff dazu, schaffe ich es bei Barbarenkultur relativ stabil kritische Treffer zu machen, kriege ich immer 4 dazu und mache eh schon kritischen Treffer, das heißt ihr macht eh schon viel Schaden, plus 4 nochmal dazu, während der Nachtwächter dann halt 2 pro Attacke dazu macht, gut dafür natürlich ständig, solange, und das ist wichtig, der Schwäche-Buff drauf, äh die Buff drauf ist, das heißt ihr braucht ja bei beiden einen Aktivator, aber bei Barbaren ist es halt einfach höher der Schaden und der Schaden ist eh schon sehr hoch und die Einheiten sind halt dann im Vergleich auch ein bisschen stärker, einfach weil sie automatisch diese Fähigkeit alle haben, hier haben die guten Kampfmager diese Fähigkeit nicht und der T1-Schock-Einheit ist halt schlecht, in meinen Augen, die Bogenschützen-Einheit ist nur eine T1-Einheit, ist damit auch nicht so gut, wird schnell ersetzt werden müssen, Kampfmager kriegt keine besonderen Buffs und der Nachtwächter ist ganz cool als solide Front-Einheit, aber auch nichts spektakulärs, nur der Dunkelritter ist halt sehr gut, deswegen auf jeden Fall B, nicht C oder D, das ist Quatsch, aber, ja und die Gebäude sind auch ganz nett und daher auch nicht das super B ein, wie gesagt, ihr könnt mir ja sagen, was ihr jetzt so sagt, vielleicht habe ich euch gerade euer Leben zerstört, dann tut es mir leid. Bevor wir zu Feudal weitergehen, nochmal klar, der direkte Vergleich ist deswegen ist das schwierig, weil wir Regenerationen noch bekommen bei der finster Kultur, aber eben nur als Nahkämpfer, nicht als Fernkämpfer, wie ich am Anfang dachte und auch meine Augen es früher auch so war, deswegen ist mein Vergleich da halt etwas schwieriger, ist deutlich schwächer als jetzt die Barbarenkultur. Egal, gehen wir zu Feudalkultur weiter. Die Feudalkultur bezieht sich darauf, dass ihr eine Fähigkeit habt, wo wenn Leute neben dir stehen, mehr Schaden machen. Schauen wir uns doch einfach mal an. Ja, also sind wir hier. Feudal hat, ich gehe eigentlich auf Affinität mich noch gar nicht eingegangen. Gut, das könnt ihr aber selber denken. Ordnung und Natur spielt natürlich eine Rolle jetzt für die Freischaltung Imperiumsentwicklungen, aber das glaube ich ist euch bewusst. Geht ja eher dann um meine Einschätzung insgesamt. Ja, wir haben Bauwerke mit Einnahmen durch Nahrung. Auch da denke ich immer, Nahrung ist nicht so cool, aber es stimmt gar nicht. Also eine sehr schnell wachsende Stadt durch so einen Feudalismus ist extrem stark. Das habe ich mal mit Playthrough gehabt, da habe ich wirklich eine brutale KI komplett überlaufen, weil ich so schnell gewachsen bin und dadurch so viel Profit hatte, dass ich tatsächlich die einfach vernichten konnte. Das war wirklich sehr angenehm. Kommen wir auch vielleicht nochmal zu. Einmal zusammenstehen, wie gesagt, und das ist auch ganz cool, 20% mehr Schaden. Einfach flat oder irgendeinen Debuff, wenn sie, jetzt wichtig, indem wir ein anderer Verbind in einem Spiel zusammenstehen, befindet. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel alle eure Nahkämpfer nach vorne bewegen, dann nicht direkt schnell angreifen, was ich auch sehr oft mache, nicht, dass das jetzt irgendwie bei mir Perfektion wäre, sondern wartet erstmal, stellt ihn hin, stellt den zweiten daneben, macht dann 20% mehr Schaden. Extrem stark, muss man halt dran denken, ist deswegen natürlich etwas schwerer anzuwenden, weil man wirklich in der Hitze des Kämpfes, was ich auch fast immer vergesse, daran denken muss. Dann haben wir noch Verdunen Lorde und ich finde, das ist eins der allerbesten Sachen, die man unterschätzen kann, denn ihr habt verschiedene Titel, die ihr euren Helden geben könnt. Höchst des Krieges am Anfang nicht so sinnvoll, gut, ihr könnt halt ein bisschen mehr heilen, das ist ganz nett und wir kriegen nach dem Kampf 25% Bewegungspunkt zurück, was auch ziemlich cool sein kann. Kann man auch wählen, wenn man sagt, ich will zu aggressiv spielen, absolut gut, aber auch schon das merkt ihr, das ist ja schon ein Alleinstellungsmerkmal für Feudal gut, mit Urtümlich kommt auch noch ein bisschen mehr Variation da rein, aber dass ihr hier einfach schon nachdenken könnt, hey, was kann ich mit meinem Helden tun, um ihn besonders zu machen? Will ich jetzt aggressiv spielen, dann nehme ich mir das hier, kann ich möglichst schnell erkunden, kriege gut Trefferpunkte geheilt, richtig cool. Ich persönlich würde aber zum Beispiel eher sowas wie auf Fürst der Ernte gehen, wo ihr einfach flat 25 Nahrungspunkt dazu kriegt, einfach genial, weil einfach Wachstum massiv fördert. Dann dasselbe Prinzip mit Wissen, 15 Wissen, flat dazu, ab der Runde 1, könnt ihr sozusagen, sagen wir mal Runde 2, wenn ihr euren Helden aufgelevelt habt, meistens ist das ja Runde 1, direkt nehmen, direkt hinzufügen, 15 Wissen, einfach flat. Fürst der Magie, 15 Mana, finde ich tatsächlich das Schwächste dabei, aber auch das, wenn ihr sagt, ich brauche viel Mana, könnt ihr machen. Und dann natürlich das andere krasse, Produktion, 25 Produktion. Also ich mag immer Produktion oder Nahrung wählen, weil dadurch habt ihr halt extremen Vorteil von der feudalen Kultur. Ihr kriegt ja eh schon durch die Gebäude viel Nahrung und kriegt dann nochmal durch die Ernte noch mehr Nahrung. Dadurch habt ihr so krasses Wachstum, da kann keine andere Kultur mithalten. Und ihr habt da, wie gesagt, 5 Optionen. Das heißt, ihr könnt selber entscheiden, was passt gerade zu meiner Strategie, was bringt sie mir gerade. Es ist super, super gut. Und ihr könnt ja auch mehr Helden davon auswählen. Das ist ja nicht so, dass ihr am Anfang, habt ihr erwähnt ja zwar nur einen, aber auf der 10. Runde kriegt ihr mal einen zweiten Helden, habt vielleicht schon eine zweite Stadt und könnt direkt wieder sowas anwenden. Dadurch kriegt ihr immer mehr stackende Buffs, was ich sehr, sehr cool finde, so einfach als Nebenfähigkeit. Außerdem habt ihr ja noch immer zusammenstehen, das heißt, ihr könnt auch noch 20% mehr Schaden machen, was ich schon sehr, 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 sehr gut finde. Fangen wir diesmal mit dem größeren Gebäude an, dem Herrensitz, den ihr aus dem T3 Hauptgebäude bekommen könnt. Und da bekommt ihr erstmal Flat 10 Nahrung, 10 Gold, was ganz nett ist und 100% mehr Einnahmen vom Stadthalter. Das heißt, wenn ihr jetzt eben 25 Nahrung bekommen habt, würdet ihr dann 50 Nahrung bekommen. Ist sehr, sehr gut. Das schon kommt halt sehr spät, wenn man das irgendwie früher bekommen könnte oder relativ gut hinrushen kann, ist das sehr mächtig. Wenn es halt sehr spät im Spiel ist, ist es natürlich immer noch nützlich. Aber jetzt noch immer nicht so cool, wie wir jetzt beim Barbaren mit zwei Schaden Flat für jede Einheit, die ich produziere. Aber ihr seht halt, wenn ihr jetzt mal mit eben bei der dunklen Kultur vergleicht, da habt ihr irgendwie 10 Mana bekommen und 10 Gold oder einen Beruf, ich weiß es schon gar nicht mehr. Und ihr kriegt einfach 10 Nahrung und Gold und 100% mehr Einnahmen von dem auch, was auch immer ihr gewählt habt. Das heißt, woher könnt ihr dann nicht den Kriegsfürsten mit Waffen, also zumindest bin ich mir da relativ sicher, dass das nicht so ist. Es geht nur um die Einnahmen. Aber das ist natürlich nicht vergleichbar mit der Provinz, kann sie nicht abspalten, was ich noch nie gesehen habe. Dadurch ist das natürlich schon mal als Gebäude deutlich besser. Trotzdem gewinnt das Barbaren Gebäude hier definitiv. Ja, und sind wir unten direkt im Klerus Gemeingut. Das ist schon mal gut, weil man muss ja manchmal etwas durchsuchen, bis man die Sache findet. Und ihr habt Einnahmen, Mana und Gold. Also auch da wieder so ein bisschen die Schwierigkeit, Moment mal, hatten wir nicht eben gesagt, dass wir da nur Nahrung bekommen? Nee, ihr bekommt tatsächlich auch Mana und Gold. Auch diese Anzeige ist wieder so ein bisschen, ja ein bisschen buggy, würde ich sagen. Wir kommen gleich dazu, wodurch ich eine Einnahme von Gold, äh nicht Gold, Nahrung bekomme. Hier bekommen wir erstmal nur Mana und Gold. Wie immer, Gold ist gut. Auch Mana halt, wenn ihr Mana-lastig spielt, auch eine nette Sache. Kann man auf jeden Fall machen als Ersatzfilm. Ich glaube, Schreien müsste es ja dann sein. Es ist gut, einfach noch Gold dazu zu bekommen, wenn man auch den Schreien so ein bisschen, also ich zumindest, außen vor lasse, weil Mana meistens nicht so problematisch ist wie Gold, aber kommt halt immer auf dem Spielstil an. Und das könnt ihr damit holen. Dann kommt der Schreien des Zehens. Das ist dann euer zweites Gebäude. Wieder zehn Mana und ihr könnt fünf Gold haben. Das ersetzt also dann den Mana Obolisken und, äh ja, könnt dann eben dadurch, ja, wieder Mana und Gold dazu bekommen. Also, ne, auch ganz nett. Ich finde auch immer, Wissen ist besser. Das heißt, alle Kulturen, die Wissen haben, da gewinnt zum Beispiel auch die dunkle Kultur und die Barbarenkultur ist natürlich durchaus besser. Aber ihr habt natürlich eine schöne Mischung von den zwei Grundressourcen, die man definitiv auch mitnehmen kann. Ist aber jetzt kein besonderes Alleinstellungsmerkmal der Kultur. Ja, dann gehen wir die Zauber durch. Ihr kennt das Rittersiegel. Ihr seht jetzt wieder auf alle Einheiten, ne, auch ein ganz schlechtes Alleinstellungsmerkmal von Finsterkultur, dass dieser Baff, den ihr ja bekommt, dass sie zusammenstehen oder da eben diese Schwäche aus März nicht auf alle Einheiten geht. Hier geht's wieder auf alle Einheiten. Das heißt, alle Einheiten, die nicht eurer Kultur angehören, können dieses Zusammenstehen auch bekommen, was extrem stark ist, weil, ihr seht's ja hier, Kampfmarieeinheiten und Fernkampfeinheiten, die stehen fast immer nebeneinander hinten und kriegen dann automatisch 20% mehr Schaden. Da möchte ich nochmal hinterfragen, auch wenn es jetzt wieder ein bisschen Rant ist, warum kriegen dieses schwache Ausmerzen, kriegen die Finsterkultureinheiten nicht, nicht mal die normalen Kultureinheiten als Fernkämpfer. Weil hier krieg ich doch genauso leicht 20% mehr Schaden. Also sogar noch einfacher, weil ich einfach nur nebeneinander stehen muss. Also es ist dasselbe, gut, ich krieg keine Relation dazu. Ja, das stimmt, aber ich krieg 20% mehr Schaden einfach, indem ich nebeneinander stehe. Das ist doch egal. Ihr versteht, hoffentlich, wenn nicht, schreibt es mir drunter, sagt mir Bescheid, sagt mir wie doof ich bin, kein Problem. Aber ich sehe halt hier auf jeden Fall ein Problem, dass da irgendwas bei der Finsterkultur schiefgelaufen ist. Ihr kriegt auch hier alle Einheiten, die nicht zur Kultur gehören, diese Sonderfähigkeit zusammenstehen. Das heißt, die steht einfach mit neben jemandem, der das hat und schon 20% mehr Schaden. Superkrass, superkrass, wirklich. Ihr müsst da nichts für tun, bei den Fernkämpfern, wohlgemerkt, nichts für tun, außer nebeneinander stehen. Das heißt, ihr baut euren typischen Pulk auf, Schaden. Dann haben wir auch noch eine krasse Fähigkeit, die tatsächlich, ich glaube, eine der allerstärksten Startfähigkeiten ist, die es gibt, weil ihr einfach Standfest bekommt für eine Runde. Das war ja das, was wir eben beim Besacker erklärt haben. Ihr könnt also in einem AOE-Feld könnt ihr einfach mal alle eure Einheiten, die da stehen, unsterblich machen für eine Runde. Das kann am Anfang gerade helfen, wichtige Einheiten zu retten. Das kann helfen, euren Helden zu retten. Also weil ihr einfach noch eine Runde mehr Schaden braucht, um die Einheiten zu töten. Das ist super, super gut. Es kann natürlich sein, das heißt, sie haut dann auf den einen drauf, der jetzt nicht unsterblich ist. Aber wenn ihr das geschickt anwendet, könnt ihr damit durchaus Tode verhindern und dadurch habt ihr einfach eine super krasse Startfähigkeit. Auf jeden Fall am Anfang beschwören, hilft euch sehr, sehr weiter. Und dann haben wir hier das Ähnliche, so wie bei den Barbaren, würde ich sagen. Ihr habt mehr Schaden, einmal nur, und ihr kriegt mehr Moral, wodurch ihr mehr Krits kriegt. Da steht ja erhöhte Chance auf kritische Treffer und verhindert halt, dass ihr einen, wie heißt es, kritischen Fehlschlag macht. Ja, und halt, dass ihr halt nicht fliegen könnt. Aber wenn ihr da seid, dann ist das Kampf eh verloren. Aber das heißt, mehr Krit-Treffer. Ist ganz nett, ja. Ist halt wieder AOE, deswegen auch ganz nett. Was das Coolere ist, ist das Eintreiberlager. Ist super stark. Und da sind wir nämlich bei der Nahrung. Deswegen steht da Einnahmen durch Nahrung. Weil ihr kriegt einfach flat, und das ist so krass, wenn euch das mal auf der Zunge zu gehen ist, 15 Nahrung dazu, einfach ohne irgendwas zu tun. Das heißt, selbst wenn ihr das einfach nur hinklatscht, kriegt ihr schon 15 Nahrung, habt ihr dadurch einen riesigen Vorteil. Und für jede Farm gibt es drumherum nochmal 5 Nahrung. Dann gibt es noch ein Gebäude bei dem Ordnungstree irgendwo, also irgendein Zauberbuch der Ordnung. Da könnt ihr nochmal diesen Buffer, ich glaube, kriegt ihr Wissen oder sonst was für jede Farm drumherum. Wenn ihr das, oder Gold, wenn ihr das gescheit hinstellt, da so richtig schön einen Farmpulk macht mit den zwei Gebäuden drin, das Eintreiberlager zählt ja selber auch als Farm, kriegt ihr da extreme Ressourcen, also wirklich krankhaft extreme Ressourcen, wo ihr mit ihr früh Snowballen könnt und ein extrem perverses Wachstum habt. Zusätzlich mit dem Fulleralen Lord sowieso extrem krank. Ja, dann habt ihr Fulleralen Herrscher, angrenzende Verbündeteinheiten, also wieder das gleiche Thema, 10% Schaden, das heißt, ihr könnt euren Magierhelden, der hier hinten steht, einfach neben euren Fernkämpfern stehen lassen, kriegen die einfach 10% mehr Schaden und sogar eine Verteidigung. Sehr stark. Ewige Loyalität, auch dasselbe wieder, standfest einfach auf eine Einheit geben, ohne Aktion, das kostet nicht mal eine Aktion. Genial, wirklich auch super stark, nehme ich zwar seltener, aber ey, wenn ihr die am Anfang nehmt und damit abgeht, die gut nutzt, da könnt ihr Einheiten retten, wie sonst was auch, extrem stark. Und zusammenstehen, ja, hat er halt auch schon wieder als Fähigkeit klar, das heißt, ihr könnt hier mit dem Helden auch nochmal extrem viel Schaden mehr machen, ohne irgendwelche großartigen Bedingungen. Gerade als Fernkampfheld steht da eh immer in eurem Pulk drin, dann wird er beschützt von irgendeinem Nahkampfeinheit oder sonst was, extrem gut und ihr könnt die Einheiten sterblich machen und könnt den Schaden und die Verteidigung sogar noch erhöhen. Extrem, extrem stark. Ja, und dann geht's wieder zu den Einheiten. Wir haben den Pikidier Bauern, der hat dann eben die feudale Ausbildung, kriegt mehr Erfahrung und wird das ganz cool beim Champion Rang sich auch entwickeln zu einer Verteidigereinheit, das heißt eine T2 Einheit. Eigentlich ganz nett, spielt man jetzt nicht unbedingt drauf, aber wenn er es schafft, ist es natürlich eine coole Sache, eine T1 Einheit entwickeln zu können. Ist immer eine coole Mechanik. Haben wir ja häufiger mit Spinnen hier drin und halt mit der Evolution, aber haben halt die feudalen tatsächlich in dieser Einheit mit diesem Pikidier Bauern, der eine Stangenwaffeneinheit, mein Gott, Entschuldigung, ist. Und natürlich wird dadurch die klassischen Vorteile hat, Erstschlag, Anstromwiderstand und sonst einfach nur, ja, halt, Nackabangriffe. Wenn ihr allerdings Evolution spielt, könnt ihr den hier auch buffen dadurch. Ihr könnt mehr Schaden verursachen, da gibt es ja durch das Evolutionszauberbuch mehr Schaden, mehr HP und so weiter. Das heißt, ihr könnt diese Einheit sehr, sehr cool buffen und habt damit so eine Synergie mit den ganzen Evolutionsgeschichten und könnt da eben auch Vorteile daraus ziehen. Nicht jetzt überragend, aber ist ganz nett zu wissen, wenn ihr die Strategie mal Bock drauf habt, könntet ihr den mal nutzen. Ja, Verteidigung ist, ja, für eine Stangenwaffeneinheit nicht so gut, ist aber auch eine T1-Einheit, ist okay, HP sind okay und hat natürlich direkt das Zusammenstehen. Eigentlich eine ganz okaye Einheit kann man auch auf jeden Fall nutzen, besser als jetzt zum Beispiel Dunkelkrieger. Schwerer brauchen wir nicht drüber zu reden. Bogenschütze, ja, ist das, was er sagt, ein Bogenschütze. Das war's. Also müssen wir nichts zu sagen, keine Rüstung, kein Leben, zusammenstehen halt natürlich und Bogenschieß. Das heißt, wir machen natürlich immer, zwar eigentlich, wenn er es geschickt macht, immer zwölf Schaden statt zehn pro Schuss. Dadurch ist sie wirklich gut im Damage, gerade für eine T1-Einheit, aber ist natürlich nichts, was ihr lange behalten wollt. Der Verteidiger ist natürlich wieder ein Verteidiger. Eine Schildeinheit, ihr kennt's, hat halt Schildverteidigung, hat den Schildwall, relativ guten Schaden, man könnte ja wieder, hier wieder 20% draufrechnen. Also macht sie wahrscheinlich 13, äh, 14, ne, Entschuldigung, 15, 14 oder 15 Schaden. Und zwar nicht, ich glaube eher 14 pro Schlag, hat sehr gute, HP-Werte für so eine Einheit, also 80 ist ganz gut, riesige Verteidigungswerte, brutal viel, 7 ist wirklich sehr stark, ja gut, Widerstand nicht so hoch, ist aber nochmal für eine Schildeinheit. Kommt halt durch dieses schwere Schild auch noch, ne, kriegt er nochmal mehr bei den Angriffen, die nicht flankierend sind. Aber ist halt so eine klassische Schildeinheit, hat keine besonderer Fähigkeit oder sowas, ist einfach nur sehr tanky, kann man ganz gut anwenden, gerade um einfach eine gute Fernkampf-Lion hinten zu beschützen. Am Ballerträger, ähm, einer der besten Support-Einheiten, ich benutze ihn selber fast nicht, aber ich weiß, dass er sehr, sehr gut ist, weil die KI den immer sehr, sehr akribisch nutzt. Und zwar einfach wegen diesem Wollwerk-Standarte, da könnte die den selber und alle drumherumstehenden gestärkten Widerstand geben und das auch alle zwei Runden halt und gestärkten Verteidigung natürlich auch. Alle zwei Runden war es extrem stark, das macht wirklich viel aus, wenn dieses Ding lange lebt. Also sollte ein Ballerträger immer schnell töten. Gute ist natürlich, dafür hat er jetzt keine riesen Reichweite, auch gerade mit seinen Zauberfähigkeiten, muss er ja wirklich in den Pulk drinstehen, was natürlich okay ist, weil er ja wieder zusammenstehen bekommt, auch für die anderen Einheiten halt auch wichtig ist, aber ihr könnt damit wirklich massiv buffen. Ich weiß, dass die KI da manchmal wirklich das wirklich sehr gut nutzt. Und hier wieder alle Einheiten drumherum und 20 gehalten, 10 Moral ist extrem stark, aber er muss halt im Nahkampf stehen. Trotzdem alle drumherum, wenn er es geschickt spielt, könnte er mit dieser Support-Einheit einiges reißen. Ich bin ja trotzdem noch immer kein Support-Fan, aber naja. Und er hat halt wichtig, Verteidigungsmodus Abwehr, das heißt alle drumherum kriegen auch wieder den Bonus, den wir eben schon mal gehört haben. Ja, lass mich doch mal zeigen und das halt Widerstand diesmal. Das heißt, ihr werdet magischen Schaden hier nicht so gut auszahlen können, was sehr cool ist. Also eine sehr gute Unterstützungseinheit, auch thematisch finde ich die ganz cool mit dem Banner, auch wenn das Banner hässlich aussieht, aber das ist ja egal, ist auf jeden Fall eine ganz coole Einheit. Dann nochmal den Ritter, wieder eine Schock-Einheit, die dritte, ja, wir sind bei drei Kulturen und die dritte hat auch eine Schock-Einheit. Hat inspirierende Mörder, dann kriegen wir mehr Moral-Bonus, also ihr seht, Feudal spielt auch sehr viel mit dem, was die Barbarenkultur bräuchte, halt sehr viel Moral aufpushen. Das kann man also auch hier sehr gut spielen, Crit, man hat ja eh schon mehr Schaden, 20%, und kann auch den Crit dann noch mit der guten Moral dazunehmen. Das ist ähnlich bei Ordnung, da kommen wir auch noch zu. Ansonsten hat es gleiche Werte wie der Dunkelritter, exakt dasselbe, hat auch wieder den Sturm-Heat, ihr könnt die Kavallerie natürlich ändern, was das natürlich nochmal stärker machen kann. Das war, habe ich es mit dem Dunkelritter auch noch und hier könnt ihr natürlich auch irgendwie Spinne oder sonst was nehmen. Worauf ihr Bock habt, um die Einheit wirklich zu eurer Haupteinheit zu machen, das würde dann tatsächlich reichen, wenn ihr nicht gerade einen Tyrannenritter dann als Ersatz nehmt. Ansonsten wieder die typische klassische Einheit, hat wohl vernichtiger noch der Riesen, was halt noch mehr Schaden macht, das heißt ja 40%, dann nochmal 20%, wenn ihr das geschickt macht, dann seid ihr schon bei, ja und dann 60% hierdurch, also könnt ihr große Einheiten damit wirklich ordentlich umhauen. Ansonsten hat es aber nichts Besonderes, ich finde die okay. Also ich würde sie nie so sagen, boah, die ist super cool. Einen Dunkelritter würde ich schon sagen, da kann man drauf spielen. Beim Ritter würde ich nicht sagen, ah das ist die Einheit, auf die ich gehen würde, die ist spannend, die hier ist halt nicht spannend, die hat nichts Besonderes, kein AOE, ist aber natürlich stark an sich, aber halt auch eine Glaskanone kann man gut umhauen, da ihr aber durch den Helden und eure Fähigkeiten die Unsterblichkeit hervorrufen können, ist es auf jeden Fall machbar damit was zu reißen. Insgesamt sind die Einheiten, ich finde die Bannerträger, wie gesagt, cool spielen, aber selber sehr selten. Insgesamt sehr, ja, kein Kampfmagier, merkt man sehr gut. Die sind okay, die Einheiten, ich finde die Bikiniere ganz cool, Punktstütz ist langweilig, Verteidiger ist halt auch langweilig, aber schon tanky, erfüllt seinen Zweck, aber sind jetzt insgesamt keine herausragenden Einheiten, auf keinen Fall Alleinstellungsmerkmal gegenüber den anderen Kulturen. Das ist relativ gradlinig, außer der Bannerträger und den benutze ich halt, wie gesagt, auch selten, aber hat halt nichts Besonderes. Ja, dementsprechend haben wir hier die Feudal-Kultur, die ist sehr gut, gerade wirtschaftlich finde ich die extrem gut, da habe ich ja mal hier diesen William Wallace da gemacht, als Video, könnt ihr euch auch anschauen, gibt es auch irgendwo auf meinem Kanal, ist sehr, sehr, sehr mächtig. Ich weiß nicht, da haben wir nicht so viel gesehen, aber ich kann es nur noch mal empfehlen, diese Kultur einfach mal auszuprobieren. Ey, was ihr damit reißen könnt, ist wirklich brutal, ich untertreibe hier, oder übertreibe, Entschuldigung, übertreibe hier nicht, die ist wirklich extrem stark, wenn es wirtschaftlich drum geht und mit diesem Zusammenstehen habt ihr halt flat einfach immer noch einen super Bonus an Schaden, wo ihr alles mitmachen könnt. Ihr könnt beschwören, ihr könnt bauen, ihr habt einen super Nahrungsbonus, also sehr viel Wachstum, das heißt, eure Wirtschaft wird einfach durch diese Kultur schon massiv gepusht, wenn ihr es richtig spielt und nebenbei könnt ihr eigentlich machen, was ihr wollt. Ihr werdet auf jeden Fall, wenn ihr es gescheit macht, nie zu wenig Gold, Mana oder Nahrung haben. Produktion müsst ihr halt, ich gucke, wie ihr da rankommt, könnt ihr ja auch durch den Fodalen Lord hinzufügen, aber meiner Erfahrung nach ein absolutes wirtschaftliches Powerhouse, ein sehr langweiliges oder relativ langweiliges Einheiten-Roster, also die Einheitenaufstellung, deswegen nicht jetzt S, jetzt keinen, der wie den Berserker, der von sich aus schon unsterblich ist, hat keinen T2-Pekini-Einheit, die eigentlich ganz cool ist. Ich meine, die haben auch keinen Kampfmeier, die hier auch nicht, dafür haben die aber einen T2-Bogenschützen, was sehr gut ist, was die hier nicht haben, das heißt, ihr habt zwei Banner-Fürsten oder Banner-Einheit da halt, als eine interessante Unterstützungseinheit, aber nichts Besonderes, aber habt halt einfach durchweg ein super Wirtschaftshaus, plus 20% eigentlich, wenn er es gescheit macht, immer dabei, das heißt, es ist schon A+, das ist auch schon Richtung S, weil ich mag halt gerade die strategischen Dinge dabei, aber dafür ist die Einheitenaufstellung einfach viel zu lahm, um da jetzt zu S zu gehen, von daher bleiben wir hier auf jeden Fall in dem Bereich A. Und dann kommen wir zur erhabenen Kultur, also Hochkultur würde ich jetzt mal nennen, die hat auch sehr, sehr viele interessante Mechaniken, die schauen wir uns doch einfach mal an. Wir sehen, dass wir erstmal statt Stabilität ein Wissen bekommen, kommen wir gleich zu, diese Aussage hier ist ja immer etwas schwierig, da muss man sich die Sachen hier angucken. Wir haben 10 Einstellungen dazu, wir haben eine Einstellungsagenda, das heißt, ihr könnt noch mehr Stadtstabilität besorgen, was auch schon sehr krass ist. Ihr könnt bei neutral einfach mehr Produktion und Nahrung bekommen, was auch sehr gut ist, wenn ihr natürlich Stadtstabilität überneutral habt, dann müsst ihr auch glücklich machen, die Städte. Und ihr könnt hier die Einheiten bei Böse, was ziemlich krass, aber extrem böse wohl, alle erweckt lassen. Und erweckt ist halt die Fähigkeit, die ihr hier freischalten könnt. Ihr könnt eure Einheiten erwecken, dann könnt ihr einfach schon mal automatisch plus 3 Geistschaden bei allen Angriffen machen. Und jede Einheit hat auch nochmal schlummende Eigenschaften, die auch extrem stark sind, die gucken wir uns dann gleich mal an, die massiven Unterschied machen können, ob man Kampf gewinnt oder nicht. Und die Hochkultur oder erhabene Kultur, zumindest für mich immer, als KI-Gegner zu absoluten Albtraum machen. Also erweckt, plus die ganze Ordnungslinie an Zauberbüchern ist brutal schlimm. Also für mich bisher immer der schlimmste Gegner, wenn ich Hochkultur und Ordnung generell sehe, dann zittern mir wirklich die Knie. Also es ist wirklich anstrengend, sich da durchzukämpfen. Da kommen wir aber auch zu, warum das noch so ist. Ja, und dann kommen wir dazu, es stand ja eben da, Stadtstabilität und Wissen kriegen wir durch unser Gebäude. Gehen wir mal aufs erste Gebäude, gar kein Wissen, sondern einberufene Produktion und Stadtstabilität, das stimmt. Stadtstabilität, wie gesagt, ist eine coole Sache und wenn ihr darauf gehen wollt und gerade zufriedene Städte haben wollt, ist die Hochkultur oder erhabene Kultur natürlich genauso die Finsterkultur sehr, sehr stark. Ihr kriegt dann einberufene Produktion, Produktion geht immer, das kennen wir aus jedem rundenbasierten Strategiespiel, ist immer eine coole Sache. Ein bisschen Einberufung dann dabei zu bekommen, ja, ist in Ordnung und Stadtstabilität dabei zu haben, ist auch in Ordnung. Dann haben wir die Lichtschmiede, ähnliches Prinzip, allerdings noch mehr Einberufung, das heißt, ersetzt einfach jetzt, glaube ich, die Grobschmiede und ihr kriegt ein bisschen Gold dazu. Ist nett, kann man auf jeden Fall mitnehmen. Ja, und dann haben wir den Solar Nexus, auch wenn man denkt, dass das zu mythisch gehört, nee, da muss ich auch mal und zweimal schauen. Ihr habt hier den Solar Nexus aus der T3 Stufe eures Hauptgebäudes und da kriegt ihr mehr Stadtstabilität durch jeden Nexus und Forschungsbossen. Das heißt, ihr habt in dieser Kultur, wenn ihr wollt, maximale Stadtstabilität ist ganz okay, ne, wenn man gut drauf spielen kann, ist es in Ordnung. Man kriegt halt ja durch mehr Stadtstabilität, das können wir glaube ich hier auch sehen, kriegt ihr auch, gehen wir mal auf Ordnung, auch mehr Einnahmen. Aber ihr seht natürlich 10% und 15%, wenn ihr wirklich perfekte Ordnung habt, was ihr, wenn ihr eine stark wachsende Stadt habt, relativ schwer ist, aber ihr könnt es zumindest, sag ich mal, abhalten davon, instabil, Unruhe oder Aufstand zu haben, was wie gesagt, ich kaum geschafft habe. Unruhe habe ich tatsächlich schon mal geschafft, wenn man keinerlei Fokus darauf legt. Aber das sind natürlich so kleine Beträge, die man dann verbessern kann. Aber das als T3-Gebäude ist, naja, ist okay, kann man mitnehmen. Immer barbaren Gebäude ist das Beste. Ich glaube, da kommt auch keins, was euch irre mich jetzt, was das überhaupt jemals schlagen kann. Und das sind die drei Gebäude, also ihr habt Einberufung, Produktion und Stadtstabilität und ihr habt Gold und Einberufung. Ist okay, kein Wissen, keine Ahnung, warum das da steht, dass die Kultur, das können wir hier nochmal sehen, dass die Kultur angeblich Wissen als Stadteinnahmen hat. Wir kommen natürlich jetzt wieder zu dem anderen Punkt, weswegen das ja im Endeffekt dann doch stimmt. Da gehen wir einfach mal hier auf die Kultur, machen wir diesmal zusammen mit euch und gehen mal auf Erhaben. Und zwar haben wir hier den Sonnenschrein. Daran, also nochmal, diese Aussage, die da steht, ist immer sehr schwierig oder sehr viel Vorsicht zu genießen. Aber ja, die besondere Provinzverbesserung gibt tatsächlich Wissen. Könnt ihr also sehr, 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 sehr gut auf Wissen spielen. Erhaben macht auch sehr viel Spaß, kann ich nur empfehlen, wenn ihr auch viele Forschungsposten oder besondere Provinzverbesserungen, die auch Forschungsposten sind, geht, könnt ihr damit richtig viel Wissen produzieren. Ihr kriegt 10 automatisch und 3 pro angrenzten Forschungsposten. Müsst ihr natürlich auch drauf spielen, weil 10 ist okay als Wissen, aber ihr solltet schon schauen, dass ihr so 3 Forschungsposten drumherum habt, damit ihr wirklich sagen könnt, jo, das lohnt sich, bringt mich weiter, weil es ist sehr verführerisch, manchmal auf Wissen zu gehen, auch sehr stark, aber ihr müsst schon gucken, dass ihr da auch wirklich viel bekommt, weil so ein bisschen 10 Wissen bringt einem nichts weiter, gerade mit dem neuen System, wo die späteren Bücher immer mehr Forschung kosten, egal welche ihr wählt, aber egal, sei es drum, das ist auf jeden Fall da, wo ihr Wissen herbekommt, nicht durch die Gebäude, das ist Fake News, sozusagen, ihr habt da Einberufung vor allem als Fokus und kriegt bei allem Produktion statt Stabilität von einem anderen Gold dazu. So, was haben wir dann? Schlummernde Verzauberung, hier seht ihr wieder, oh, was haben wir da? Ja, da fehlen auch Einheiten tatsächlich, die schlummernden Verzauberungen gehen nicht auf Plänkler-Einheiten und Kämpfer-Einheiten und das waren die Schock-Einheiten, genau. Also ihr habt hier keine Schock-Einheiten, keine Plänkler-Einheiten und keine Kämpfer-Einheiten. Ihr habt aber auch in Einheitenaufstellungen, im Roster, habt ihr, glaube ich, auch keine davon. Deswegen ist es okay, die anderen haben trotzdem all die Fähigkeiten. Das ist nicht wie bei Finster, wo es tatsächlich Einheiten der Kultur gibt, die die Kulturfähigkeiten nicht besitzen. Das ist hier nicht so, aber trotzdem ist es natürlich eingeschränkt, da wir sehen können. Ihr habt aber die Key-Einheiten, die Kampf-Magier-Einheiten, Fernkampf-Einheiten dabei. Das ist schon sehr wichtig. Ihr könnt hier aber zum Beispiel jetzt keine Sturmbringerin jetzt noch mit dieser Fähigkeit ausstatten. Ja, dann können wir mal angucken, was kann das eigentlich? Wir gehen jetzt mal ein Beispiel durch. Gehen wir mal auf den Sucher-Pfeil und zwar hier Fernkampf-Einheiten. Sucher-Pfeil, dann kriegt ihr einfach eine Reichweite. Ich glaube, das ist so fast der Grund, warum beim Verzauberungsbuch diese Sucher-Pfeile verschlechtert wurden. Da war es ja so, dass sie auch eine Reichweite zugebracht haben. Könnt ihr euch vorstellen. Erwecken plus Sucher-Pfeile plus zwei Reichweite, wenn ihr dann auf sechs, sieben Reichweite kommt, je nach Fernkampfeinheit, dann könnt ihr massives Ataliv-Sperrfeuerer auslösen, was natürlich extrem stark ist. Ich bin trotzdem schade, dass diese Fähigkeit genervt wurde. Aber das wäre auf jeden Fall ein Beispiel. Plus, denkt dran, immer noch flat drei Schaden dazu. Das heißt, jedes einzelne hat immer ganz besondere Sachen, die das massiv stark machen. Ihr seht zum Beispiel hier auch abgelenkt verursachen beim Kampf. Okay, willst du mich bitte? Nein. Abgelenkt heißt, dass ihr immer flankieren. Immer flankiert außerhalb der Wahrnehmung. Das heißt, jeder Angriff wird als flankierend gezählt. Auch extrem stark, auch einfach cool, weil ihr verschiedene Fähigkeiten habt. Jede Einheit kriegt eine besondere Fähigkeit, macht es einfach schon sehr, sehr, sehr einzigartig. Gibt es bei keiner anderen Kultur in der Weise, dass ihr jede Einheit so eine Spezialfähigkeit kriegt. Plus, flat halt, wie gesagt, drei Schaden. Denkt daran, das dürft ihr nicht vergessen. Dieses Erweckt gibt einfach automatisch drei Geistschaden, das gegen Untote schon mal sehr gut wirkt. Also gerade als Nekromant, Vorsicht vor Ordnungsleuten, die sind ekelhaft gemein. Dann haben wir Abwehrsägen. Ja, Einheit kriegt 20 Trefferpunkte und zweimal gestärkter Widerstand, ist also durch Magie schwer zu treffen. Ist eine coole Heilung, weil es halt eine recht hohe Heilung ist, aber halt am Anfang vor allen Dingen wichtig, nachher nicht mehr ganz so. Ja, dann natürlich eure Kernfähigkeit, die Erweckung halt. Ihr wollt ja eure Einheit erwecken, um diese mehr Schaden zu bekommen, die coolen Fähigkeiten um frei zu schalten und dafür habt ihr halt inneren Glanz erwecken, eure Helden und die Support-Einheiten. Und hier könnt ihr einfach im AOE-Feld eine Runde, das heißt, ihr könnt maximal, was sind das dann? Sieben, glaube ich, erwecken, wenn ihr es gescheit macht. Kann auch weniger sein, ist mehr egal. Und dadurch kriegt ihr dann euren coolen Buff, den ihr nutzen könnt, um Kämpfe zu dominieren. Also auch eine sehr wichtige Fähigkeit, müsst ihr haben, solltet ihr auch übernutzen, kostet auch kaum an. Von daher sehr wichtig. Einstellungsagenda hatten wir eben schon, dann haben wir koordiniert, das Schlag. Solange diese Einheit Anführer ist, haben Kampfmagieeinheiten, Fernkampfeinheit und Plänklereinheiten. Und da werden die Plänklereinheiten dann doch wieder einbezogen. 60% markiert hinzuzufügen. Ihr seht also das, warum ich Räuber nicht mag, okay, Entschuldigung, das ist ja schon Spoiler, aber warum ich Räuber nicht mag, kommt hier schon. Ihr habt durch diese Fähigkeit von Erhaben die Kulturfähigkeit der Räuber so ein bisschen mit drin, nämlich markieren. Das ist bescheuert, aber ja, egal, nicht zu viel renten, gehen wir weiter auf die Tiere. Ja, das heißt, diese Einheiten kriegen dann markiert, was eben weniger Ausweichen bedeutet und dadurch können die besser getroffen werden. Ja, das ist ganz cool. Und dann kommt eine der stärksten Fähigkeiten, ähnlich wie bei Finsterkultur, nur diesmal in AOE, dadurch noch viel besser als bei Finster. Und ist auch noch Geistschaden, was, glaube ich, meistens der beste Damage-Type ist, den ihr kriegen könnt. Und verursacht gespaltene Verteidigung und Widerstand, sowie auch bei Finsterkultur der Nicht-AOE-Effekt, aber an allen Einheiten halt. 22 Schaden kostet alle drei Aktionen wohl, muss man dazu sagen, und macht halt in AOE-Bereich diesen Schadenwert, den ihr sehen könnt, den ihr auch erhöhen könnt. Würde ich, als Erhaben, würde ich immer Magier-Charakter spielen, entweder Support oder halt wirklich Kampfmagier, wie auch immer. Ich würde eigentlich immer Kampfmagier spielen, aber dann habt ihr dieses offenbarendes Licht, bufft noch den Damage davon, dass ihr nachher damit einfach komplett Einheiten aus dem Leben nuken könnt. Da kommen wir auch gleich noch zu, weil diese Fähigkeit hat natürlich auch eine von den Einheiten von Erhaben und die kann euch, wenn ihr Pech habt und die Kaide von drei Stacks hat, komplett vernichten. Da gehen wir mal ja gleich rein. Dann Zwillingserwachen. Ja, ihr müsst auch mit einem Helden erwachen können. Das heißt, ihr könnt für null Aktionen, das müsst ihr also auf jeden Fall skillen, weil es einfach nichts kostet, könnt ihr eine IT-Einheit und noch eine andere im Umkreis von zwei Feldern erwecken. Also wieder eure coole Fähigkeit aktivieren. Sehr cool. Gefällt mir ganz gut. Ja, dann gehen wir mal auf die Einheiten ein, wie immer. Ja, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Dann haben wir einen Bogenschützen, die sind natürlich auch wieder super schwach, sind exakt dasselbe wie die Bogenschützen, die wir eben an T1 hatten. Ich glaube bei Feudal, nur dass sie halt diese Superfeiler haben und eigentlich immer 13 Schaden machen, weil sie ja drei Geistschaden dazu bekommen, wenn sie erweckt. Und die sollten immer erweckt sein und eine Reichweite höher haben. Das heißt, ihre Reichweite ist nicht 4, sondern 5 eigentlich und ihr macht immer 13 Schaden pro Schuss. Dadurch ist sie natürlich schon stärker, ist aber natürlich schnell auszuwechseln, aber ist automatisch besser als alle anderen Bogenschützen in Einheiten auf T1, weil sie eben diese Fähigkeit eigentlich immer anhaben sollte. wodurch ihr sie mal tief waffen könnt. Früher eigentlich ja sogar zwei Reichweite dazubekommen hat durch die Sucherfeile vom Verzauberungszauberbuch. Dann haben wir, ja, wieder ein Schildeinheit, ihr kennt das Prinzip, aber diese Einheit hat viel Verteidigung. Genau. Und kriegt halt diese Sonderfähigkeit, wo sie noch mehr Rüstungen hat. Ja, und das war's. Also mehr kann die nicht. Die kann wohl auch auf der Kavallerie reiten. Da bin ich ja auch noch nicht so wirklich drauf eingegangen. Wer kann das? Könnt ihr euch selber anschauen. Aber ihr könnt, so eine Schildeinheit auf einer Kavallerie ist schon ziemlich cool. So Adlerreiter sind eine der stärksten Einheiten, einfach weil sie Schildeinheiten auf einer Kavallerie sind, also sehr schnell sind. Von daher könnt ihr damit auch arbeiten. Sonst ist es extrem langweilig, ne? Es ist halt einfach eine Schildeinheit. Sonnenpriester, die klassische Unterstützungseinheit. Sollt ihr aber immer mal einen dabei haben, wenn ihr nicht genug Erwecken oder Erwecken dabei habt. Dann habt ihr nicht dieses Zwillingserwachen, was ihr beim Helden ja auch kriegen könnt. Kostet keine Aktion, deswegen cool. Könnt ihr also einmal Erwecken und danach dann noch heilen. Da wird auch erweckt und 30 HP geheilt, was extrem stark ist. Wohl nicht AOE ist, klar, ne? Und ihr kriegt hier halt auch wieder eine Sonderfähigkeit. Dieses Ablenken, was wir eben schon mal hatten. Ja, und macht halt Geistschaden mit Angriff, aber wird halt nicht euer Damage-Dealer sein. Ist ja logisch, wie immer. Ihr seid bei der Unterstützungseinheit. Das heißt, ihr wollt Leute erwecken und heilen. Kann man mal einen mitnehmen. Ihr wisst, was ich dazu sage. Brauchen wir nicht nochmal zu wiederholen. Unterstützungseinheiten sind immer, ja, sind nett. Da haben wir ein Tageslicht-Sperr. Stangenwaffeneinheit. T2 sind immer ganz cool. Ist aber, wie ihr seht, gar nichts besonders drin. Ihr habt einfach den klassischen Stangenwaffeneinheit. Anstrommenswiderstand, Erstschlag, Narkafangriff macht ganz guten Schaden. Ist natürlich cool, wenn ihr da mit rankommt. Könnt ihr schon ordentlich Schaden austeilen. Sollten aber am meisten relativ schnell auch fallen. Haben okaye Verteidigungswerte und HP-Werte und würden halt Wächter bekommen, wodurch sie nochmal einen Gegenstand machen können. Ist also eine sehr gute Frontline-Einheit, aber jetzt auch nichts Überragendes. Aber jetzt kommen wir zu den letzten Einheiten. Die macht einfach das gesamte Roster halt zu einem absoluten Powerhouse, denn diese Einheit ist ein Kampfmagier T3, was schon mal Alleinstellungsmerkmal ist. Ne, stimmt gar nicht, nicht Alleinstellungsmerkmal, Entschuldigung. Aber halt eine Kampfmagie-Einheit ist eh schon stark und sie hat halt das, was wir eben als Helder lernen konnten, offenbarendes Licht. Also eine AOE, Geisterschadenfähigkeit. Wenn ihr davon ein Stack gegen euch habt oder selber ein Stack habt und die gut positioniert, könnt ihr ganze Armeen ausradieren mit diesem offenbaren Licht. Ihr könnt das alle drei Runden benutzen. Wenn ihr es geschickt macht, solltet ihr eigentlich mit den, sag ich mal, wenn ihr fokussiert mit 3-4 auf eine Stelle einschlagt, eigentlich jede Einheit, die nicht gerade komplett immun gegen Geistschaden ist, komplett ausradieren. Von daher ist diese Einheit massiv brutal. Die kann auch noch auf dem Pferd drauf. Jo, das ist auch noch ganz nett. Diese Einheit ist alleine einfach so massiv stark. Also die kann euch wirklich das Leben ruinieren, auch wenn ihr gegen KI spielt und wenn ihr als Untote spielt, sowieso seid ihr komplett vernichtet von denen. Da müsst ihr immer massiv aufpassen. Diese Einheit ist super, super, super stark. Ich glaube, für mich die beste T3-Einheit, die es gibt, die ist natürlich gut zu kontern, wenn man als Mensch der Spieler ein bisschen intelligent ist und versucht, so diese AOE rauszuziehen. Aber allein, dass ihr schon dafür sowas machen müsst, um diese AOE-Fähigkeit rauszuziehen, ist sie ja schon stark. Und guckt euch die Reichweite an. 6 Reichweite auch. Also das ist auch noch ganz wichtig zu achten. Ihre normalen Angriff haben natürlich 4, wie immer. Aber dieses Ding hat 6 Reichweite und eine AOE-Fähigkeit. Ist massiv schwer. Da muss man wirklich als Anfänger wirklich gut aufpassen. Also ich weiß mittlerweile, wie ich so rausziehen kann, aber selbst ich werde dann manchmal überrascht und werde komplett vernichtet und muss den Kampf neu starten oder aufgeben. Das heißt, diese Einheit ist alleine brutal. Wenn ihr die noch bufft, habt ihr ein absolutes Powerhouse. Ja, leuchtendes Licht, haben wir eben gesagt. Abgelenkt ist auch noch sehr stark. Wenn alle Einheiten, alle Angriffe danach auch noch Flankenangriffe sind und denkt eben dran, plus 3 Schaden kriegt sie ja noch dazu durch dieses Erwecken. Extrem starke Einheit. Ja, habe ich irgendwas vergessen? Hm. Joa, nicht wirklich, glaube ich. Wir haben bei der Hochkultur eine extrem starke Geschichte. Schon allein diese Einheit T3 ist so massiv stark. Ihr habt jetzt nicht so ein wirtschaftliches Powerhouse. Ihr habt jetzt auch nicht die besten Gebäude. Ich würde sie aber trotzdem bei S ansetzen, weil ich weiß, wie krass die Eifer abgeht. Wenn ihr dann noch die Ordnungslinie runtergeht, ist es massiv stark, da auf diese Einheit zu gehen. Man könnte jetzt auch sagen A+, also mit Feudal irgendwo, weil Feudal ist halt wirtschaftlich so ein krasses Powerhouse. Die Einheiten sind okay, sind auch nicht super spannend, aber die Erweckerin alleine ist halt brutal und dieses Erwecken ist halt auch so stark, dass es wirklich alleine eigentlich schon ein Alleinstellungsmerkmal ist. Jede Einheit kriegt eine coole Fähigkeit. Fernkampfeinheiten könnt ihr super spielen, damit ihr könnt Kampfmagier super spielen, weil ihr eine starke Kampfmagier-Einheit schon habt. Ihr habt eine super Stabilität in eurer Stadt. Ihr könnt super auf Forschung spielen. Also es ist wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Kultur. Da die Barbaren eben noch Außenposten mit Speeren bauen können, kann man einfach die Barbaren auch nicht, eigentlich nicht besiegen. Aber gut, wir haben ja noch vier vor uns, aber die Barbaren sind natürlich allein dadurch, dass Speer schon Außenposten bauen können, haben die so einen riesigen Wert. Plus, dass das Tier 3-Gebäude hat diese zwei Schaden dazu. Deswegen kann ich es nicht auf keinen Fall höher als Barbaren setzen. Aber auf jeden Fall ist es top Tier mit dabei, mit diesen drei hier. Die sind schon sehr, sehr, sehr stark. Ja, und dann haben wir nur noch vier zu tun. Haben wir jetzt 80 Minuten verbraten, von daher machen wir weiter. Die Betriebssam-Kultur, schrecklichster Name der Menschheit, egal. Industrious, also die industrielle Kultur, würde ich jetzt mal sagen, hat auch einige ziemlich coole Buffs. Schauen wir uns mal an. Jo, also, wir haben Bauwerke mit Einnahmen durch Produktion, was natürlich eh schon cool ist. Ihr wisst, Produktion, habe ich eben schon erwähnt, sehr, sehr gut. Und wir kriegen stärkend, das heißt, wir haben eine sehr defensive Kultur. Ist halt nicht die allerbeste Sache, aber wenn ihr da richtig auf Verteidigung spielt, könnt ihr da massive Tanks aus eigentlich allen Einheiten rauspumpen, was ziemlich cool ist. Das heißt, sie kriegen gestärkt Verteidigung und gestärkten Widerstand, das bis zu fünfmal stapelbar ist. Das heißt, wenn ihr die eh schon grundlegend sehr stark macht als in der Defensive, könnt ihr die nochmal deutlich stärken, weil sie dann fünf Angriffe aushalten, dann nochmal fünf Verteidigungen dazu kriegen. Wenn man darauf spielt, sehr, sehr cool auf jeden Fall. ist jetzt nicht so cool wie jetzt offensive Fähigkeiten in meinen Augen. Aber ich habe auch schon sehr viele defensive Spiele gespielt und das ist schon sehr geil, wenn man da so richtig krasse Tanks hat, die einfach nicht mehr umkippen, kommen aber gleich auch nochmal zu. Und dann haben sie eine sehr, 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 sehr gute Fähigkeit. Das kann ich nur mal hervorheben, weil man die auch gerne vergisst. Aber Rohstoffspeer ist absolut cool. Natürlich müsst ihr gucken, dass die Map stimmt, aber das ist ja bei allen anderen Sachen genauso. Wenn ich sage, feudal ist strategisch, wirtschaftlich super, dann nur, wenn die Map auch stimmt. Ihr habt hier die Späereinheiten, die können nämlich sich auf neutrale oder verbündete Provinzen stellen, die Klippenberge oder Stalagmiten enthalten und dann könnt ihr da ja spähen. Dann kriegt ihr Produktion oder Gold oder auch Gegenstände, war es immer. Weiß nicht, ob sie das jetzt genervt haben, ich weiß nicht, ob das hier mal jemals stand, aber ich meine halt, dass alles drei noch geht. Wäre schade, wenn sie die Gegenstände weggenommen hätten, denn das war schon ziemlich cool, wenn man da am Anfang schon ein paar Gegenstände bekommen konnte, die man seinen Helden gibt. Aber auch einfach das Gold und die Produktion, durch Produktion könnt ihr Gebäude schnell abschießen, durch Gold könnt ihr Gebäude oder Einheiten kaufen. Das ist ein extremer Vorteil, wenn ihr richtig schön Snowballen könnt. Also so ein bisschen in die Feudalrichtung, wirtschaftlich eine sehr, sehr starke Fähigkeit. Insgesamt sonst sind die Fähigkeiten okay, sehr defensiv, aber kann halt wirtschaftlich sehr starken Vorteil erhalten und dadurch halt sehr abgehen. Ja und dann haben wir unsere Gebäude, hier ist es richtig, wir haben einfach Produktion, statt dass wir eine normale Farm haben, wodurch wir acht Nahrung kriegen, kriegen wir acht Nahrung und noch Produktion dazu. Was ganz cool ist, dadurch habt ihr halt nicht diesen, okay, mache ich jetzt zuerst mal meine Produktion höher, will ich erstmal Nahrung machen, dann habt ihr beides auf einmal, was natürlich wieder auf dieses Prinzip, was ich gerade eben sagte, nein spielt, ist eine Wirtschaftsmacht, hier betriebsam. Ihr könnt damit richtig schön Snowballen am Anfang in der Wirtschaft und dadurch eure strategischen Vorteile erhöhen, wodurch ihr dann eigentlich in alle Richtungen gehen könnt, um voranzugehen. Das heißt, ihr habt das, was ich eben vor Deutschland erwähnte, in sehr ähnliche Weise, hier kriegt die Nahrung dazu, plus halt Produktion, um eure Wirtschaft voranzubringen. Gleiches Prinzip kommt bei der großen Mühle, wieder Produktion und 15 Nahrung. Das baut ihr halt einfach eher, weil ihr sagt, hey, da kommt ja noch Produktion dazu. Also ich kenne mich persönlich, Nahrung sage ich immer, ja, mache ich irgendwann mal. Hier so einen Kornspeicher jetzt als Gegenbeispiel hier zum Beispiel. Ja, baue ich irgendwann mal. Aber wenn ich dann sehe, ja, Produktion dazu, ist eigentlich nicht schlecht, könnte natürlich auch zehn Produktion sein, in meinen Augen, aber ist tatsächlich gar nicht so verkehrt. Ja, dann sind wir bei der dritten, oder beim dritten Gebäude. Ihr merkt, die defensive Sache zieht sich hier durch. Ist halt okay, ne? Also ihr habt schon krasse Fähigkeit, wenn ihr in der Defensive seid, aber an sich, wenn ihr gegen KI spielt, spielt ihr eigentlich niemals so in der Defensive. Werdet auch dann wahrscheinlich nicht irgendwie genau diese Stadt, wo gerade ein T3-Gebäude ist, mit den Bastionsbarrikaden angegriffen bekommen. Ja, auf jeden Fall egal. Die Bastionsbarrikade gibt halt festen Zustand, ist cool, weil da könnt ihr länger reagieren, ist schon eine nette Fähigkeit, kriegt mehr Stadtstabilitätsszenen, ja, und das war's. Aber, wenn ihr bei der Belagerung halt angegriffen habt, kriegt ihr zwei Bastionen, das ist die T3-Einheit, kommen wir ja gleich dazu, dazu, was ziemlich cool ist. Ja, das, die wurden auch nochmal, glaube ich, verändert. Ich meine, mich zu ändern, dass diese Sachen anders aussahen, aber da gehen wir gleich zu, die war nämlich, ohne das, glaube ich, ein bisschen hart. Aber ist ja egal, das wäre auf jeden Fall zwei Bastionen, kriegt ihr dazu. Zwei T3-Einheiten dazu zu bekommen, kann schon mal auf jeden Fall einen Unterschied machen. Von daher ist das gar nicht schlecht. Ja, und soweit ich weiß, ist es auch noch ein Alleinstellungsmerkmal, dass die durch T3-Gebäude halt noch eine Fähigkeit dazu kriegen, neben typischen 10 Gold, einen Annexionsreichweitz- Zauberblocker. Könnt ihr hier jetzt kaufen für 20% weniger machen. Selbem Sinne der Dwarf von Planetfall. Und bei T4 kriegt ihr dann auch nochmal Produktionskonvertierungen, konvertieren zusätzlich 10% mehr. Das haben die anderen Gebäude alle nicht. Ist ganz cool, also gerade dieses jetzt kaufen ist tatsächlich gut. Bei T3 sollte man relativ schnell kriegen. Das macht schon ziemlich viel her, weil ihr einfach wesentlich günstiger Sachen kaufen könnt. Das macht man, wenn man auf hoher Schwierigkeitsstufe ist oder generell relativ effektiv spielt, sehr häufig kaufen. Gerade wenn ihr irgendwie ein bisschen Geld rumfliegen habt, dann könnt ihr das dann nochmal super ausgeben. Und das macht natürlich schon einen sehr großen Umvorteil. Darf man nicht unterschätzen. Übersieht man halt nur, weil es hier so ein bisschen in diesem Text mit runter geht und kein anderes von diesen Gebäuden, wenn ihr hier lang guckt, hat das in irgendeiner Weise nur der Schmiedeturm. Ja, Ruder des Fleißes, ihr seht es auch da, dieses Stärken geht nur auf Nahkampfeinheiten bzw. Hybrid-Einheiten, das heißt, Spangenwaffen, Schild-Einheiten, Schock-Einheiten, Plänkeler-Einheiten, Kämpfeinheiten. Im Idealfall ist es hier überhaupt nicht schlimm, dass es nicht auf alles geht, weil ihr ja nicht mehr Damage bekommt. Und im Idealfall sollte eure Fernkampfeinheit, eure Kampfmagier-Einheit, Support-Einheit niemals in Nahkampf kommen, wenn ihr gescheit spielt. Von daher ist es hier vollkommen legitim, dass kulturfremde Einheiten nur Nahkampfeinheiten, also nur kulturfremde Nahkampfeinheiten und Hybrid-Einheiten, was ist für den, gebufft werden. Das ist vollkommen in Ordnung. Ja, da die Stärkenfähigkeit jetzt auch nicht die beste Kulturfähigkeit ist, ist es auch in Ordnung. Ihr könnt halt sehr, sehr defensiv spielen, wie gesagt. Dann habt ihr einen Stahlwut-Coral, da könnt ihr alle Stapel dieser gestärkten Verteidung und gestärkten Widerstands, die ihr bekommen habt durch die Kulturfähigkeit, ausgeben. Und für jeden kriegt ihr dann gestärkt und Glück. Wenn ihr das also gut timet, wobei ich das glaube ich noch nie geschafft habe, aber wenn ihr jetzt eine richtig defensive Armee habt, die so richtig auf die Mütze bekommt, aber kaum Schaden bekommt und dann macht ihr diese Fähigkeit hier, dass alle, ne alle, wichtig, nicht nur AOE 1 oder AOE 2, sondern alle Einheiten, die vorher diese Stapel haben, verlieren die Komplett und werden dann 50% mehr Schaden machen, 50% mehr Crit-Treffer. Dann ist es natürlich ordentlich 30% sind es hier, bei beiden. 50 hier, 30 hier. Das heißt, ihr könnt natürlich massiven Schaden, also ihr könnt eigentlich euren Kampf dann umkehren von defensiv zu brutal aggressiv und nochmal alle. Das ist ganz cool, wenn man es gut spielen kann. Ich habe es selten angewendet, aber wenn man das gut spielt, glaube ich, könnt ihr damit brutal kämpfen. Und dann habt ihr einfach einen Heilungssauber. Ihr kriegt mehr Verteidigung, mehr Heilung. Ist ganz cool auch am Anfang, wird aber nachher dann nicht mehr so relevant sein. Aber wie gesagt, gerade am Anfang habe ich das häufig benutzt in der Betriebsseinkultur. Das ist ganz nett. Ja, Rufstaufsperre haben wir schon besprochen. Dann haben wir das Baumeisterquartier, ihr habt halt Produktionen. Hier ist wirklich richtig die Aussage, die Produktion. Und dann kriegt ihr Baumeisterquartier einfach 15 Produktionen und jeder Steinbruch zählt nochmal 5 dazu. Super cool. Total einfach, aber echt cool, weil er einfach massive Produktionen dazu bekommt und dadurch natürlich wieder im wirtschaftlichen Spiel, wie ich ja eben schon mal sagte, einen riesigen Vorteil erhalten könnt. Also auch dann beim Heldenfähigkeit, Meister der Verteidigung. Das heißt hier, der Held würde immer im Verteidigungsmodus die Runde beenden, was ziemlich gut ist tatsächlich. Nehme ich aber auch, ehrlich gesagt, sehr selten. Aber ist zumindest da. Ist sehr gut für Nahkämpfer jetzt zum Beispiel. Und alle können hier, alle Einheiten, die keine Helden sind, kriegen nochmal plus 1 Verteidigung. Das heißt, ihr könnt zusätzlich zu all den Fähigkeiten, die euer Stack waffen, durch die Betriebslandkultur noch mehr Verteidigung dazu bauen. Wieder das thematisch merkt ihr, es geht hier einfach um Verteidigung. Und dann könnt ihr Stärken tun. Also spielt diese Betriebslandkultur wirklich in diese Stärke hinein. Holt euch fette, massive Tanks. Das ist so lustig, wenn Einheiten einfach an euch abperlen sozusagen, weil ihr einfach so viel HP und so viel Rüstung habt. Das ist wirklich ein cooles Gefühl. Das spielt man selten, weil meistens, da bin ich ja auch so, will man einfach mehr und mehr Damage, 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 Damage haben. Ist auch verständlich. Aber ihr habt hier wirklich die Fähigkeit, ein massiv lustiges, defensives Spiel zu machen. Könnt ihr auch mit Erhaben tatsächlich ganz okay und Feudal. Aber am besten ist es halt natürlich mit Betriebslandkultur, also die industrielle Kultur. Ja, dann gehen wir auf die Einheiten. Pionierin ist die Sperren. Halt wichtig, weil sie halt Rohstoff sparen kann. Baut zwei davon, lauft durch die Map und holt euch alle Ressourcen, die ihr kriegen könnt. Damit werdet ihr massiven Vorteil haben. Dann haben wir Ambosswächter. Es ist eine Schildeinheit. Ihr könnt es euch denken, was ich dazu sage. Aber hat natürlich zwei Gegenschläge, was vielleicht interessant ist und kann verspotten. Also ist nicht ganz so langweilig wie manch andere. Hat okaye HP-Werte, gute Verteidigungswerte und kann halt wie gesagt verspotten, sodass die Einheit auf jeden Fall die angreift. Das ist wirklich gut, weil ihr damit halt ablenken könnt von euren Fernkampfeinheiten. Dann kommt der Abbalest. Finde ich leider nicht so gut. Er hat zwar so eine Dreierfähigkeit, die hat aber nur viel Reichweite. Macht viel Schaden, macht den Gegenschlag weg und so weiter und so fort. Aber ist halt eine Dreifachfähigkeit und ist nur eine Einschussfähigkeit hier. Die 20 Schaden macht, ist auch ganz okay, aber gibt es keinen besonderen Debuff drauf oder sonst was. Finde ich ehrlich gesagt nicht so gut. Trotzdem extrem schlechte Verteidigungswerte, extrem niedrige HP. Finde ich nur im Notfall gut. Ich habe es ja damals mal gespielt. Also die muss man einfach austauschen. Die sind wirklich richtig schlecht. In meinen Augen. Gut, jetzt mit diesem neuen Patch, dass ja auch Einzelangriffe einen höheren Schadensbonus bekommen. Können sie vielleicht wieder relevanter sein. Aber ganz ehrlich, wer spielt denn auf T1 und dann halt mit so einer relativ schlechten Line-Up. Ich glaube, das macht keiner. Aber er könnte mich ja gerne korrigieren, wenn ihr das anders seht. Aber wieder eine T2, Stangenwaffeneinheit. Ihr seht, das wiederholt sich auch. Wir sind zwar hier nicht zu kritisieren, aber man könnte auch mal sagen, hey, ein paar mehr Einheitentypen wären schon irgendwie geil gewesen, damit man ein bisschen mehr Variation hat. Und wenn es halt mehr so Konstrukte wären, Belagungswaffen, Artilleriewaffen, aber gut, ich träume halt von Dingen, die nicht mehr existieren werden. Dann haben wir Hellebadir. Ja, Stangenwaffeneinheit, die gleichen Werte wie immer, fast dasselbe. Brunen des Gegenschlags. Das heißt, ihr kriegt hier Nahkampfangriffe werden zurückgeschlagen, 40% des ganzen Schadens. Und der Rest ist wieder dasselbe. Also das hat natürlich auch wieder mehr Gegenschläge. Also auch das hier richtig in dieses Defensive hinein. Aber halt nichts Besonderes. Da müssen wir eigentlich auch nicht viel zu sagen. Dann haben wir die Stahlformerin. Eine Unterstützungseinheit mit physischen Schaden, was ziemlich kackig ist. Es zählt aber als Magieangriff. Das heißt, ihr könnt hier tatsächlich die ganzen Magie-Affs drauf anwenden. Ich würde aber mit Betriebsamen eigentlich weniger auf Kampfmagier oder auf Unterstützung spielen. Habt ihr schon wieder keinen Kampfmagier-Einheiten-Setup und würde ich auch nicht machen. Weil eure Fähigkeiten buffen ja nur eure Nahkämpfer. Das heißt, als Betriebsam spielt man eigentlich nicht auf Kampfmagier und Unterstützungseinheiten sowieso nicht auf Damage. Das heißt, macht das nicht. Seid lieber die defensive Einheit. Macht vielleicht dahinter so eine Fernkampflinie, so eine Fernkampflinie, so dass wir wirklich sagen können, von hinten kommt der Schaden. Von vorne werden wir einfach komplett als Tank gemacht. Ich erzähle euch aber gleich auch, was die beste Strategie ist. Die habe ich aber auch im Video wieder verwurschtelt. Da, wo ich gesagt habe, Radargas mit gescheiten Tieren. Könnt ihr euch auch mal anschauen auf meinem Kanal. Egal. Ja, stärker durch Stahl. Die verbündete Einheit verliert wieder diese Stapel, die wir durch unsere Kulturfähigkeit bekommen und wird dadurch für jeden Stapel geheilt und gestärkt. Ist okay. Verteidigung gewähren, kriege ich zweimal gestärkte Verteidigung, was ziemlich cool ist, weil es keine Aktion kostet. Keine Aktion kosten ist immer sehr gut. Und wir haben wieder diese Verteidigungsmodus-Abwehr wie beim Bannerträger, dass wir mehr Widerstand haben. Das ist auch wieder absolut in dieses defensive Spiel rein. Ich sage aber ganz ehrlich, weil die nicht heilen kann, sondern nur, also außer halt situativ, sagen wir mal so, situativ heilen kann, finde ich sie nicht gut. Also ich mag die nicht. Wenn ich die kriege, bin ich nicht froh. Da kann ich zum Beispiel jetzt bei den Barbarenkultur, diese Gift-Schamane oder andere, sehe ich da schon besser wie den Bannerträger als die Stahlformerin. Aber ist wieder nur meine Meinung. Generell Unterstützungseinheiten, wisst ihr ja, sind nicht so mein Ding. Da haben wir die Bastion. Eine T3-Schildeinheit ist tatsächlich eine Alleinstellungsmerkung, wenn ich mich nicht irre. Also deswegen schon cool. Und das Ding hat 100 HP, 7 Rüstung ohne irgendwelche Buffs oder sowas. Und ist extrem tanky. Und ich erzähle gleich, wie man damit spielen kann. Wie gesagt, könnt ihr euch das Video auch nochmal ausführlich anschauen. Ansonsten hat er einen normalen Angriff, nichts Besonderes. Hat jetzt ein defensives Streufeuer. Das heißt, ihr macht einen Schaden und dann umstehende Einheit kriegt 50% des Schadens und ihr kriegt den Verteidigungsmodus aktiviert. Ist ganz cool. Und inspirierende Verteidigung, kostet keine Aktion, könnt ihr gestärkte Verteidigung verursachen. Ich meine, dass das nicht immer so war. Ich glaube, diese Fähigkeit hier, defensives Streufeuer, haben sie hinzugefügt. Aber ich bin mir jetzt nicht 100% sicher. Ansonsten habt ihr die typische Schildwahlfähigkeit, Schildverteidigung, und bla bla bla. Habt auch zwei Gegenschläge. Heißt, wenn ihr die Fähigkeit noch mehr Gegenschläge bekommt, könnt ihr mit der bis zu drei Gegenschläge, upsala, drei Gegenschläge bekommen und extrem austeilen. Warum ist die trotzdem eine sehr coole Einheit? Das liegt einfach an der Kavallerieoption. Habt ihr einen Trade für eure Form, die eine Kavallerie bereitstellt, die noch mehr HP gibt und noch irgendwie vielleicht ein AOE-Effekt wie jetzt das Spinnennetz oder den Eisatmen der Wölfe oder dieses Gebrüll der Wölfe oder sonst irgendwas, also oder das Teleportieren ist ja auch schon sehr gut. Dann habt ihr hier natürlich eine extrem starke, extrem brutal tankige Einheit, die dann noch auf irgendeinen krassen Pferd rumrödelt, was noch eine AOE-Fähigkeit machen kann. Das heißt, ihr könnt die Defensivfähigkeit nutzen und zum offensiven Powerhouse machen. Die Spinnennetze, die jetzt in meinem Video drin sind, was ich eben erwähnt habe, sind leider genervt worden, warum auch immer. Na gut, die waren schon ziemlich krass, aber die könnt ihr trotzdem noch nutzen, die sind auch immer okay, aber sonst wäre das Geheul der Wölfe wäre ganz gut. Aber ihr könnt natürlich auch einfach die Teleportfähigkeit vom Einhorn nutzen. Das heißt, ihr könnt hier tatsächlich eine sehr gute, starke Schildeinheit auf dem Pferd bereitstellen, was immer ein Alleinstellungsmerkmal ist. Eine T3-Einheit auf dem Pferd mit Schild gibt es eigentlich, glaube ich, sonst gar nicht. Und dadurch habt ihr eine extrem starke, berittene Einheit, die sehr schnell ist, sehr defensiv ist und Leuten richtig auf die Nerven gehen kann mit seinen ganzen Gegensteigen. Wenn ihr die anständig bufft, also könnt ihr auch durchaus mal 200 HP hinkriegen. Und dann ist die Einheit extrem stark und macht auch richtig Spaß, gerade eben mit den Stärkenfähigkeiten, die Betriebsan-Kultur aufweist. Ja, und dann haben wir, ach man, warum willst du mich mal ärgern? Dann haben wir hier Betriebsan. Ja, ist, Rufstoffspähen ist super stark. Ich weiß nicht, ob sie die Gegenstände weggenommen haben. Habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Ich habe es aber irgendwann nochmal gespielt, aber die Gegenstände, Gold und Produktion, die man da kriegen kann, können einen extremen Vorteil in Wirtschaft bringen. Die Bastion ist sehr stark, wenn man sie gut ansetzt. Das ist eine sehr defensive Kultur. Ich würde sie hinterfeudal ansetzen, obwohl ich sie, ich habe immer einen inneren Platz für sie da, aber die Einheiten an sich sind jetzt nicht überragend toll, außer die Bastion und selbst die nur situativ, wenn ihr da wirklich in dieses defensive Spiel hineingeht. Ihr könnt aber, wenn ihr diese Defensive wirklich lebt, massiv viel mit Betriebsan-Kultur machen. Die Gebäude sind solide, das ihr billiger kaufen könnt, euch sehr einigeln könnt, ist ganz nett. Deswegen kommt sie in A, aber ist schwächer als Feudal. Wobei, wenn ihr wirklich viele Gebiete mit Rohstoffspähen erreicht, ihr dann schon auch manchmal ein bisschen über Feudal kommen könnt. Ist aber halt situativer als bei Feudal, muss man einfach sagen. Und wie gesagt, ihr habt die Einheit, die ihr halt mit einer Kavallerie besetzen müsst, damit sie wirklich richtig cool ist und jetzt sonst ein Einheiten-Line-Up, was okay ist. Von daher, spielt in die Defensive rein, guckt, dass ihr wirtschaftlichen Vorteil bekommt. Eine sehr solide Kultur. Kann man auch fast schon B plus reinsetzen, muss man ganz ehrlich sagen, aber ich würde es so A minus sagen. Ein bisschen besser als Finster, weil es eben nicht diese komischen, die einen Einheiten haben, die coole Damage-Fähigkeit, die anderen nicht. Geschichte hat, sondern einfach die Frontline hat die coole defensive Fähigkeit und kann die auch nutzen. Und dann kommen wir zur mystischen Kultur. Noch drei zu machen. Die mystische Kultur ist natürlich unsere Magierkultur. Gucken wir uns das Ganze an. Und zwar haben wir die sehr, sehr coole Fähigkeit Anpassung Sternenklingen. Die kennt wahrscheinlich jeder, der so ein bisschen mal mitgespielt hat. Ist eine super coole Fähigkeit. Wird ein verbündeter Zauber gewirkt, erhält jeder Standardangriff diese Einheit für drei Runden zufällig plus eins Feuerschaden, Blitzschaden oder Frostschaden. Also eins von den dreien, nur nicht alle drei auf einmal. Ihr könnt auch bis zu dreimal das stapeln, das heißt, ihr kriegt plus drei Schaden dazu. Das ist sehr cool, weil es auf alle Einheiten geht, standardmäßig. Ist natürlich bei Erwecken so ein bisschen mit Erwecken zu vergleichen, wo ihr auch drei Schaden bekommt. Nur bei Erwecken kriegt ihr es direkt. Hier müsst ihr schon Zauber wirken. Aber ihr wollt natürlich mit der mystischen Kultur, das merkt ihr ja schon, auch auf Zauber gehen. Das ist eure Standardmagierkultur. Da solltet ihr jetzt nicht irgendwie auf Schockeinheiten gehen, in meinen Augen. Außer ihr habt irgendwelche coolen magischen Kreaturen, die ihr nutzen könntet. Aber an sich nutzt man diese Fähigkeit auch massiv aus, was das Ganze auch als dann eine sehr coole Fähigkeit darstellt. Der Bauwerke mit Einnahmen durch Mana kommen wir gleich zu, werden wir wieder darauf eingehen. Und wichtig ist, auch hier kriegen wir einen strategischen Vorteil. Ihr könnt verschiedene Astral-Echos finden. Die solltet ihr auch finden. Ich habe auch Runden gehabt, da habt ihr gar keine gefunden, nur zwei. Und es gibt Runden, da habt ihr zwölf gefunden. Das ist deswegen wichtig, weil ein Gebäude, wo wir gleich zu kommen, darauf ausspielt, wie viele Astral-Echos habt ihr gefunden. An sich geben diese Astral-Echos immer Mana und Wissen, also ziemlich cool. Kann man zusätzlich dann bekommen. Und ihr seht ja schon, das Stadtbauwerk Altar der Allsehenden gewährt Bonus-Einhaben. Da seht ihr gleich, wie viel. Gucken wir mal, kann man das hier irgendwo sehen? Ne. Zeige ich euch gleich mal. Auf jeden Fall, müsst ihr da eigentlich viel von sammeln. Wenn ihr eine Map habt, die nicht so schön ist, dann habt ihr gar nichts davon. Das macht das schon mal etwas schwieriger. Gucken wir uns aber ja jetzt sofort mal an. Okay. Bisschen verwirrt. Hier Altar der Allsehenden ist das, was eben da angezeigt wurde. Segen der Allsehenden kriegt mehr Sichtweite und klarer Blick. Könnt also unsichtbar einen sehen. das, also das wird alle Einheiten die produziert werden. Wobei ihr meistens wahrscheinlich eher beschwört oder die T3-Einheit produziert. Aber eigentlich ist das auch das Gebäude, wo ihr pro zwei Astral Echo einen gewissen Wert an Wissen und Mana glaube ich bekommt oder Gold und so weiter. Ist irgendwie hier nicht mehr angezeigt. Ich kann auch sagen, ich mich komplett vertue. Es gibt auf jeden Fall ein Gebäude, wo ihr alle zwei Astral Echos einen gewissen Bonus bekommt. Das müsste eigentlich das T3-Gebäude sein. Ich finde es ein bisschen verwirrend. Wir können ja mal zusammen, mal schnell mal zusammen hier reingucken. Und zwar gehen wir mal auf die mystische Turmspitze. Da kriegt ihr auch kein Gebäude falsch. Irgendwas scheint da in meinen Augen ein wenig buggy zu sein. Wir haben aber, wenn wir schon dabei sind, hier nochmal dieses Alleinstellungsmerkmal, was wir auch bei der Ahabenkultur hatten. Und zwar, wo habe ich den da? Haben wir hier mehr Zauberpunkte, die ihr bekommt. Durch die letzte, das letzte Rathaus. Das ist natürlich extrem teuer. Baue ich sehr selten. Aber wenn ihr es schafft, kriegt ihr nochmal 10 Punkte. Und eigentlich sollte da, und ich weiß nicht genau, warum das ein bisschen buggt oder ob ich zu dumm dafür bin. Das kann natürlich auch immer sein. Sollte hier jetzt stehen, hey, kann hier dieses Altar des Allsehens machen. Irgendwas scheint hier nicht ganz so zu funktionieren. Ich gucke nochmal mit euch zusammen gerade mal. Nur damit ihr es einmal gesehen habt, weil ich mich nicht so zu tun, wenn ich vertan habe, sonst könnt ihr mich nicht nachher anbrüllen. Dann habt ihr es ja hier gesehen, dass wir hier nicht irgendwas komplett vergessen. Okay, jetzt finde ich hier nicht, wenn man da ist. Ja, ihr seht, schaltet frei Verhölkerer. Verhörkerker, meine ich. Verhörkerker, das stimmt ja nicht. Also irgendwas scheint hier in dieser Wikipedia oder Enzyklopädie nicht mehr ganz so zu funktionieren. Lasst es also von mir einfach gesagt sein, eigentlich sollte Altar des Allsehenden bedeuten alle zwei, Astralisches kriegt ihren gewissen fixen Beitrag an Ressorts. Ist sehr cool, wenn ihr 12 Stück gefunden habt. Habt ihr nur 2 gefunden, bringt euch das gar nichts. Ist dann also auch ein Gebäude, was halt schon Einheiten irgendwo ja ein bisschen Vorteil bringt. Mehr Sichtweite ist, naja, okay. Klarer Blick ist okay. Noch immer nicht vergleichbar mit dem Barbarengebäude. Jo, und dann habt ihr Bleibe des Beschwörers. Da kriegt ihr 5 Mana, 5 Einrufungen und 8 Produktion. Sehr, sehr cool. Also eine Kombination von 3 verschiedenen Ressourcen ist immer sehr gut. Ersetzt dann, glaube ich, die Werkstatt oder sowas. Das heißt, ihr kriegt schon mal direkt Flat Mana zu, gerade als Magierkultur, wenn ihr auch was beschwören wollt oder so. Sehr, sehr coole Sache. Die Einberufung ist dann nett dabei, weil eigentlich wollt ihr vielleicht was beschwören, aber werdet später auch vielleicht eure Kultureinheiten bauen, die ja recht starke Kampfmarge beinhalten. Von daher passt das doch ganz gut. Als nächstes bekommt ihr den Steinbeschwörer. Der gibt noch mal Produktion, 10 dazu und 5 Mana. Ersetzt natürlich dann eben die weitere Ausführung der Werkstatt. Ist ja klar. Das heißt, ihr bekommt hier im Prinzip ein bisschen mehr an, lass mich mal schnell gucken hier, lass mich mal rein. Da, Steinmetz. Ihr bekommt ein bisschen weniger an Produktion, dafür ein bisschen mehr Mana dazu. Das ist ja wie bei allen Gebäuden so. Ist es halt ein bisschen mehr von dem einen oder dem anderen oder ein bisschen weniger. Hier kriegt ihr halt die Einberufung kriegt ihr bei der Werkstatt ja auch dazu. Kriegt aber halt die Produktion auch noch und Mana, was eine ganz nette Geschichte ist. Und ja, das sind eigentlich schon die Gebäude. Das geht ja immer relativ fix. Dann gehen wir hier zur mystischen Kultur und den Zaubern, die wir haben. Hier haben wir die kosmische Abtragung unter Tächeln. Sehr cooler Zauber, sollte man nicht unterschätzen. Das sind 30 Schaden natürlich minus allen Resistenzen, ist ja klar. Aber 30 Schaden ist wirklich eine sehr, sehr gute Sache. Kann man gerade in den ersten Kämpfen sehr gut benutzen. Würde ich euch empfehlen, auch dauerhaft immer anzuwenden. Kostet auch kaum Mana und macht massiven Schaden. Da könnt ihr schon mal einige Kämpfe auch wieder für euch entscheiden, ohne Verluste zu erleiden. Magischer Schild gibt einfach gestärkte Verteidigung, gestärkte Widerstand. Ja, ist nett. Kann man mal nutzen, wenn man will. Ich würde aber eher immer kosmische Abtragung benutzen. Und dann natürlich Schritt für eure Anpassung. Seht ihr, diese Anpassung Sternenklingen kriegen hier wieder alle. Außer Fernkampfeinheiten kriegen das wieder nicht. Auch da bin ich mir nicht sicher, ob das schon immer so war. Aber Fernkampfeinheiten sind hier schon wieder rausgenommen. Bisschen diskriminierend gegenüber Fernkampfeinheiten und das Ganze. Das heißt, diese Anpassung Sternenklingen könnt ihr hier nicht nutzen. Ich würde euch eh empfehlen, hier auf Kampfmagieeinheiten zu gehen. Das sind ja auch Fernkämpfer dann. Aber die reine Fernkampfeinheit wird dadurch nicht gebufft. Die Plänklereinheit komischerweise wieder wohl. Was ich ein bisschen komisch finde, dann wäre die Sturmbringer vom neuen DLC zum Beispiel wieder dabei und würde noch mehr Schaden machen, obwohl sie eh schon saustark ist. Und die Fernkampfeinheiten sind ja nur darauf aus, Schaden zu machen. Die sind ja komplett Glaskanone. Die werden ja sofort getötet, während Plänklereinheiten teilweise noch stark sind. Also auch defensiv stark. Das ist hierfür ein bisschen komisch, dass sie diesen Buff noch kriegen können. Die Fernkampfeinheiten nicht. Ist aber nicht meine Entscheidung. Ihr wisst es aber jetzt. Hier werden nicht die Fernkampfeinheiten gebufft. Ihr würdet aber wahrscheinlich eh auf Kampfmagieeinheiten gehen. Dann haben wir die mythische Abtei. Gebt uns einfach 10 Mana und wir können ein bisschen auf Forschung buffen. Ist auch eine ganz coole Kombination. Ihr müsst halt wieder gucken, dass ihr auch wirklich Nexus und Forschungsposten außen drum bauen. Entweder durch die Mana-Knoten oder durch besondere Provinzverbesserungen aus irgendwelchen Zauberbüchern. Sodass ihr wirklich da auch einiges an Wissen bekommt. Ansonsten lohnt sich das nicht so sehr. Aber 10 Mana Flat sind natürlich besser als 10 Einberufung Flat in meinen Augen. Weil ihr jede Runde einfach immer wieder benutzt. Wenn ihr bei Einberufung wirklich was bauen müsst. Was ihr vielleicht nicht immer tut. Dann war Kampfzauberei. Wir können hier einfach ein bisschen Kampfzauberpunkte hinzufügen. Weil wir ja natürlich die Sterneklingenanpassung haben wollen. Müssen wir das ja tun, um möglichst viel zaubern zu können. Um diesen Buff auch immer aufrecht zu erhalten. Ganz nett. Holte ich mir sehr selten, muss ich sagen. Weil Expertenfähigkeit, sehr spät, Unterstützung und drei Aktionen. Aber kann halt machen. Widerstandsausbildung. Das heißt dasselbe wie bei Betriebsamen. Nur mit Widerstand diesmal. Alle Einheiten kriegen einen Widerstand dazu, die keine Helden sind. Und ihr könnt halt auch Sternenklingen bekommen. Was bei Helden sehr cool ist. Weil je mehr Schaden Helden machen, desto nützlicher sind sie. Helden werden ja eh schon sehr stark, wenn man das gescheit macht. Und dadurch werden sie dann natürlich nochmal nützlicher. Ja und dann haben wir unsere Einheiten. Ja wir kriegen tatsächlich als einzige Kultur direkt am Anfang eine Kampfmarge-Einheit. Was sehr cool ist, weil sie kosmische Blitze hat. Drei verschiedene Damage-Types. Neuen Schaden dann zwar nur, aber drei verschiedene Kanäle, die halt eigentlich immer irgendeine Schwäche bedienen können und dadurch recht guten Schaden machen. Macht keinen D-Buff oder so dazu. Ist trotzdem ganz cool. Zauber ich dazu noch irgendwas, kriege ich dann natürlich noch mehr Schaden dazu. Sonst haben wir gleich HP-Wert wie bei unseren Burgesschützen und nichts anderes dabei. Ist aber tatsächlich eine ganz gute Sache. Muss man aber schnell ersetzen, weil die sterben halt wirklich wie die Fliegen. Die machen sehr, sehr viel Schaden. Damit kann man wirklich sehr gut agieren, aber die sterben halt auch wirklich wie sonst was weg. Beschwürzt uns Einheiten davor, stellt irgendwelche Tanki-Einheiten davor und guckt, dass das gescheit spielt. Sterben sehr schnell. Arcane-Wächter, eine Level-1-Stangenwaffeneinheit wie die Bauer-Pekinniere bei den Feudalen-Einheiten. Wieder nichts Besonderes. Da guckt es euch an. Ich glaube, da müssen wir es nicht nochmal wiederholen. Es ist dasselbe wie immer. Es ist eine Stangenwaffeneinheit. Ganz cool als tatsächlich Schutz für eure Einheit. Dann haben wir ein Zauberschild auf Level 2. Hat auch eine sehr coole Fähigkeit und zwar Betäubender Blitz. Ihr könnt eine angrenzende Einheit Schaden zufügen und betäuben. Nicht so eine hohe Chance wie bei dem von den Barbaren. Aber ihr habt eine 60% Chance Betäubens zufügen und ihr vor allem macht halt Schaden. Ansonsten, wie immer eine Schildeinheit. Sehr viel HP finde ich. 80 ist schon sehr gut für eine T2-Einheit. Gute Defensive Werte. Also eine sehr starke Einheit eigentlich so als Frontline, wenn man erstmal nichts anderes hat. Da haben wir eine Unterstützungseinheit. Hat einen kosmischen Stoß. Auch drei verschiedene Schwerner Typen. Also auch sehr cool. Hat dann einfach noch eine Heilungsfähigkeit. Das heißt hier eine verbündete Einheit und eine weitere Umkreis von zwei Fälle um 20. Also wir heilen die um 40 sehr gut. Also wirklich sehr stark. Kann man sich immer eine mitnehmen. Und wir sehen hier nochmal, wenn die sich im Kampf befindet, wirken wir um 20% billiger Zauber. Also eine davon mitnehmen. Ist sehr cool. Hat eine okaye Fähigkeit zum Schaden machen und eine sehr gute Heilung. Und natürlich wieder diese Widerstandserhöhungs Verteidigungsmodus. Auch eine ganz coole Fähigkeit. Aber sind wir jetzt natürlich beim letzten. Das ist das Wichtigste. Denn wir haben den Zauberbrecher, der erstmal einfach auf dem Pferd sitzt. Warum auch immer. Finde ich natürlich krass. Aber ist halt so. Extrem, extrem starke Kampfmarie. Da könnt ihr das gesamte mystische Kulturding drum bauen. Alle Transformationen draufhauen. Verzauberung draufhauen. Und ihr habt ein absolutes Monster als Einheit. Wenn dann noch die Sternenklingenanpassung dazukommt, kann das Ding halt wirklich alles pulverisieren. Also extrem stark. So stark wie die Erweckerrücken. Vielleicht ein bisschen weniger, weil wir kommen jetzt gleich noch zur Fähigkeit. Wobei ich bin mir ganz sicher. Ja, ist ähnlich. Also ich würde sie schon auf ein Level mit Erweckerrinnen setzen. Vor allem da ja selber auf dem Pferd sitzt. Ohne irgendeine spezielle Fähigkeit dafür zu haben. Und die haben drei verschiedene Damage Types wieder. Sehr cool. Nicht Geissschaden, aber alles andere. Kann extrem viel Schaden machen. Und durch die Sternensäuberung habt ihr wieder einen AOE-Effekt. Alle positiven Effekte werden zerstört. Und doppelte Schaden an Einheiten magischen Ursprungs. Also auch absoluter Untotentöter. Also auch massiv stark. Also so wie die Erweckerrinnen auch wieder sechs Reichweite. Sehr ähnlich in dem Prinzip. Auch diese Einheit sollte man nicht so unterschätzen. Wobei ich erfahrungsgemäß mehr Schmerzen mit der Erweckerin habe. Das ist natürlich so ein bisschen wie würden manche sagen anekdotische Evidenz. Das heißt ich bin persönlich geneigt dazu zu sagen Erweckerinnen sind schlimmer. Weil ich mehr schlimme Erfahrungen damit habe. Aber hier der Zauberbrecher ist eigentlich genauso. Diese Einheit müsst ihr schnell töten. Sonst kann sie euch vernichten. Und sie hat noch Zauberanpassung. Das heißt wir können auch wieder zehn Kampfzauberpunkte hinzufügen. Das heißt wir haben natürlich die absolute Kultur für massiv viel Zauberei. Viel Zauber loslegen. Massiv viel Schaden durch Kampfmagier Einheit und Auswand. Was sehr 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 cool ist. Ja mein Ergebnis ist so ein bisschen Neigungssache. Also die mystische Kultur ist einfach durch ihr ganz ganz klassisches Ey ich bin eine Magierkultur spiel mit mir Magier. Die ist sehr festgelegt auf eine Richtung. Aber natürlich extrem stark. Hat jetzt wirtschaftlich nicht irgendwelche besonderen Bonus außer die Astral Echoes. Kann also ganz gut zaubern. Ist aber natürlich mit dem Power vom Zauber her sehr stark. Also ich würde es weil Feudalkultur halt einfach 20% Schaden immer dazu kriegt. Ohne irgendwas dazu zu tun. Irgendwo in diese Richtung hier anordnen. Ich würde es nicht bei S anordnen. Wobei die Magier extrem stark sein können. Ja und das Einheiten Lineup eigentlich auch für das Early Game also für die frühen Runden sehr gut ist. Ich würde es trotzdem so in die Richtung von Feudal setzen. Also ungefähr auf die gleiche Stufe. Manche würden wahrscheinlich auch S sagen. Aber ich finde da hat einfach die erhabene Kultur dadurch dass sie auch Kampfmagierfokus haben kann noch mehr coole Sachen die dazukommen. Weil die Mystisch Kultur sehr stark Kampfmagier hat aber dann auch nichts weiteres Spezielles bietet. Aber wie gesagt ist meine Meinung sagt was ihr meint schreibt es mir drunter. Deswegen kommt Mystisch irgendwo hier hin wirtschaftlich nicht so stark wie jetzt Feudal. Der Damage muss sich erkämpft werden. Also ihr müsst immer zaubern können. Wenn ihr jemals ohne Mana seid seid ihr da eigentlich wirklich einen Hintern gekniffen. Von daher bin ich eher Richtung A als dass ich jetzt Richtung S sage. Und an Barbaren wie gesagt kommt einfach keiner ran. So und dann kommen wir zu den Räubern. Das ist die erste Kultur die wir durch einen DLC dazu bekommen haben. Empires and Ashes. Und ja das ist die Kultur so ein bisschen um Moskiten und so weiter sich dreht. Schauen wir uns das Ganze mal an. Ja wie wir sehen können haben wir mein Gott so Bauwerke mit Einnahmen für Produktion und Mana. Schauen wir uns gleich an ob das auch wirklich stimmt. Und dann haben wir Einheiten sind auf das Ausschalten markierter Ziele mit fokussierter Aggression spezialisiert. Das heißt wir kriegen pro Stable von markiert 10% mehr Angriffsschaden. Das heißt wenn wir die markieren können wir bis zu 5 mal die ja markiert haben und dann können wir bis zu 50% theoretisch hier raus holen. Wichtig ist dabei es gibt verschiedene Aktivatoren die das halt erreichen können. Es ist aber schon sehr umständlich und jetzt nicht irgendwas Neues wir haben einfach wieder viel Schaden wenn wir etwas dafür als Debuff tun. Ähnlich wie bei Finsternis zum Beispiel allerdings ist es mehr Arbeit an diese Prozente heranzukommen kommen wir gleich zu ist aber auch vielleicht nur meine Meinung. Dann haben wir einfach minus einen Flüsterstein weil wir halt irgendwie anscheinend bösartig sind und dann haben wir einfach so einen krassen Malus auch das kann man sagen ist ein Alleinstellungsmerkmal es gibt eigentlich keine Kultur die irgendwas Negatives hat außer eben räuberisch nicht einfach minus einen Flüsterstein warum das rechtfertig ist anscheinend wollen sich durch totalen Krieg rechtfertigen das heißt wir kriegen keine Abzüge auf Imperiumseinnahmen wenn wir Kriege erklären ohne Kriegsrechtfertigung das ist ja das wäre vielleicht gut wenn es relevant wäre aber gerade auf Höher und Schwierigkeitsstufen wovon ich immer ausgehe bringt es halt nichts weil du würdest halt eigentlich immer einen Krieg erklärt bekommen und bist froh um jeden Krieg den du nicht erklären musst in dem Sinne wenn sich das vielleicht nicht total bescheuert anhören und du kriegst natürlich alle anderen Malus kriegst du ja noch also Hufbonus Malus und so weiter und so fort ich glaube auch Stabilitätsmalus aber den Imperiumseinnahmen bleiben halt da ja für mich ist es kein Bonus der einen Minus 1 Flüsterstein rechtfertigt das heißt mit dieser Kultur können wir auch niemals auf die Basalmobilisierung spielen also zumindest nicht in der Form wie es andere wie Feudal erhaben und so weiter machen können dann haben wir Kriegsbeute das ist eine einzigartige Ressource die sammeln wir halt indem wir kämpfen gegen Reiche und Freie Städte nicht gegen die neutralen Fraktionen ist ganz wichtig und dann wenn wir die halt einschalten dann können wir die nutzen um Freie Städte einzuschüchtern das heißt statt dass wir die Flüsterstein nutzen können wir die dann irgendwie so bedrohen dass sie unsere Vasallen werden und so weiter und so fort ist aber natürlich schon so wenn ich den Krieg so weit gefahren habe dass ich eine Freie Stadt eigentlich kaputt machen kann oder ein Reich kaputt machen kann bin ich eigentlich schon so weit gekommen dass ich dann die Beute nicht immer also diese Fähigkeiten dieses Einschüchtern so nicht mehr brauche um das zu erpressen trotzdem eigentlich eine okay Mechanik aber es ist halt nur so Ressourcen die man wieder nur durch ganz spezielle Sachen also nur durch Kämpfe kriegen kann wenn die Kämpfe schon begonnen haben bringen euch diese Sachen auch nicht mehr ganz so viel aber ich habe es mal angewandt zwischen Freie Städte da ist es schon mal ganz nett aber es ist nicht mein Ding vielleicht auch einfach kann man sagen ich finde es okay als neue Ressource weil man sich halt wirklich ansetzen kann aber das meiste dafür gibt ihr halt für andere Einheiten aus wozu wir jetzt ja noch kommen gucken wir uns wieder mal die Gebäude an wir haben erstmal die Mana Schmiede die ich hier angezeigt habe kriegen wir Mana und Produktion so wie es auch wirklich da in der Beschreibung steht heißt statt Schreien nur Mana kriegen wir Produktion dazu ist nett kennen wir ja schon ich glaube das hatten wir alles auch schon mal war es beim Mystisch meine ich sogar auf jeden Fall kriegen wir Mana und Produktion ja nichts Neues also nichts Besonderes genauso das Nächst auch einfach mehr Mana und wieder Produktion dazu das wären die ganz normalen Gebäude brauchen wir nicht mehr viel sozusagen es ist natürlich immer noch dasselbe Prinzip da ist auch nichts Besonderes durch ein großes DLC das denktran 20 Euro kostet dazugekommen und wenn wir unser drittes Hauptgebäude ausgebaut haben kriegen wir das Extraktionszentrum ist ganz nett wir kriegen plus zwei Einnahmen durch Mana und Gold pro besondere Provinzverbesserung sollte natürlich immer auch pro besondere Provinzverbesserung gehen da auch Pi mal Daumen kriegt ihr vielleicht so vier hin wenn das gut macht vielleicht auch fünf das heißt zehn Gold und zehn Mana ist halt nicht so besonders um ehrlich zu sein besondere heißt für mich ja immer die erweiterten kann aber auch sein dass wirklich jede einzelne Art gemeint ist ich meine aber der Erfahrung nach wie ich es gespielt habe dass es wirklich nur bedeutet die besonderen die ihr erst auf T2 freischalten könnt und die ihr dann bauen könnt und wie gesagt da kriegt ihr vier, fünf hin da hatten wir eben ein T3 Gebäude das hat einfach direkt zehn Mana und zehn Gold und noch eine Fähigkeit hier ist es halt theoretisch natürlich höher zu kriegen aber da müsst ihr natürlich auch eine riesige Stadt haben und tausende besondere Provinzverbesserungen die auch sinnvoll angebracht werden am besten dann kriegt ihr ein bisschen mehr aber es ist halt überhaupt nichts es ist nichts man hätte sich mal irgendwas neues an Mechanik oder zumindest Nischensache gewünscht es ist halt einfach irgendwie ja ist halt so also habt ihr halt ein bisschen mehr Ressourcen vielleicht sagen wir mal durchschnittlich würde ich sogar weniger als zehn sagen aber sagen wir mal zehn Mana und zehn Gold ist halt nichts spannendes und dann schauen wir uns die Fähigkeit an wir haben die Gravur des Fokus da werden alle Einheiten mitgewerft das heißt diese fokussierte Aggression wodurch man markierten Zielen mehr Schaden zufügt wird auf alle Einheiten angewandt kennen wir ja mittlerweile schon aber das Ziel bestimmen da können wir zwei markiert drauflegen das heißt dann könnten wir 20% mehr Schaden an diese einen Einheit machen und es wird auch abgelenkt sein wodurch wir mehr Flankierangriffe machen können was ganz cool ist das ganze am Anfang kostet aber auch schon nicht so wenig 20 Kampfpunkte ist schon eine deutliche Nummer dafür müsste auch gut nutzen und dann nochmal Unterdrückungsfeuer da können wir einfach zehn Schaden in Aoe machen ist okay und wir können bewegungsunfähig machen 30% ist halt keine sehr hohe Chance sonst würde ich sagen ist der Zauber eigentlich ganz cool weil ihr damit wieder Kämpfer zögern könnt ähnlich wie bei ich glaube bei der Finsternis-Kultur wo ihr ja durch diese eisigen Fesseln halt Frostschaden zufügt und verlangsamt die Verlangsamung Chance ist allerdings höher als bewegungsunfähig deswegen ist das hier nicht so sag ich mal stabil nicht so wie heißt reliable nicht so vertrauenswürdig oder so konstant genau das will ich hinaus konstant wie das mit den Eisfesse und das sind die drei Zauber dann haben wir die Raubermanufaktur ihr kriegt plus 10 Gold und kriegt plus 5 Einberufungen für Steinbruch für 3 Mine was heißt ihr kriegt relativ einfach die Einberufungen dazu ja und halt ein bisschen Gold 10 Gold ist auch immer nett kann man auf jeden Fall mitnehmen auch jetzt nichts was mich jetzt besonders vom Hocker haut da war sowas wie die Bedfordal mit der Nahrung und ich kann die Nahrung noch krass skalieren deutlich besser aber natürlich wenn ihr viele Einheiten produzieren wollt ist natürlich relativ leicht ist relativ leicht die Einberufung zu generieren leichter glaube ich als bei allen anderen von daher ganz in Ordnung ist aber jetzt nichts besonderes Ziel markieren kann halt einmal markiert hinzufügen kostet auch keine Aktion deswegen ganz nett wenn man halt die Heldenfähigkeit dafür ausgeben will dann kann man halt 10% mehr Schaden auf dieser einen Einheit auslösen Lenkler Disziplin das ist eigentlich ganz cool tatsächlich das ist eine Experten Kriegskursfähigkeit also dauert bis ihr dahin kommt aber ihr habt nicht Kontrollzonen die euch aufhalten ihr löst keine Gelegenheitsangriffe aus und ihr seid wesentlich schneller auf verlangsamendem Gelände das ist tatsächlich eine sehr gute Fähigkeit müsst ihr halt einen so kriegerischen Charakter haben entweder Nahkampf oder Fernkampf nicht Magier und könnt dann diese fähigkeit freierschalten finde ich eigentlich ganz cool fokussierte Aggression ist halt genau das wie immer 10% pro Stapel markiert auf dem Ziel ist in Ordnung und dann geht es wieder zu den Einheiten wir haben erstmal sieht ihr schon ein Alleinstellungsmerkmal dass ihr zwei T3 Einheiten habt kommen wir gleich zu dann haben wir wieder eine Stangenwaffe die hat allerdings wenigstens eine gute Fähigkeit hat auch okay Lebensenergie und Verteidigung kann normal angreifen wie immer kennen wir ja mittlerweile und dann zurücktreiben das heißt drängt es auf dem Feld zurück und er selber bewegt sich dann dahin der Söldner und hat natürlich wieder die typischen Sachen plus durchbohrend also ignoriert auch 50% der Verteidigung des Ziels ist eine nette Fähigkeit macht auch 20 Schaden finde ich ganz gut also dass wir einfach mal ein bisschen was Besonderes haben aber ist natürlich wieder eine Stangenwaffe jetzt auch nicht die Welt neu erfunden aber eben zurücktreibend ist dann ganz gut als Söldner braucht ihr tatsächlich mehr Geld um die zu bezahlen eine T1 Einheit finde ich krass dass er für 10 Gold kostet hat dafür natürlich okaye Werte aber ist natürlich einfach teurer und im Endeffekt ja nur so eine Ware die er irgendwann rausschmeißt weil sie halt einfach langfristig nicht mehr mithalten kann mit anderen Einheiten obachtest du Speer sieht cool aus ist aber sonst halt einfach ein Speer kann aber auch markieren nur wer würde jemals einen Speer mit in den Kampf mitnehmen wenn er irgendwas anderes mitnehmen kann keiner dann haben wir den Verheerer und da haben wir auch ein Neuerheit wir haben zwei Plänkle Einheiten hierbei Plänkle Einheiten gibt es natürlich schon auf T1 bei den Barbaren aber halt zwei in einem Einheiten Lion Up gibt es nicht genauso die zwei Ferienkamp Einheiten das ist tatsächlich eine Besonderheit die ich auch gut finde hat ein Netzauswerfen kann bewegungsunfähig mit hoher Prozent Chance zufügen was auch wirklich nutzig sein kann um eben den Kampf zu verzögern wie wir es jetzt schon mehrmals erklärt haben und fügt markiert hinzu und kann nicht von Gelegenheitsangriffen getroffen werden was ganz gut ist und ist flink ähnlich wie auch die Spalterin der Barbaren also tatsächlich eigentlich exakt so nur dass es nicht ein Speer ist der wirft sondern Netz und halt bewegungsunfähig und nicht spaltende Verteidigung ansonsten ist es exakt die gleiche Figur aber so würde ich sogar einfach mal jetzt frecherweise behaupten dann haben wir einen Zuchtmeister hat einen sehr schwachen Angriff kann aber Blenden zufügen wodurch halt Angriffe fehlen schlagen können und macht markiert am Verarzen gibt es 40 Trefferpunkte was ziemlich cool ist und das ist ganz cool wir können unterwerfen Einheit unterwerfen das heißt wir müssen Einheit an die bewegungsunfähig ist die können wir ja durch unseren Verheer bewegungsunfähig machen und können die dann wenn die Gefroren betäubt oder bewegungsunfähig sind tatsächlich unterwerfen und das führt dazu dass wir diese Kontrolle über die Einheit übernehmen wir können die glaube ich nach dem Kampf dann auch kaufen mit Kriegsbeute das Cover war nachher nochmal zu oder kann ich ja jetzt nochmal sagen man kann auch Einheit nach dem Kampf mit diesem Unterwerfen halt durch Kriegsbeute kaufen kostet am Anfang recht viel aber wenn ihr viel kämpft gegen Reiche und Feierstädte denkt dran alles das andere bringt nichts kriegt ihr keine Kriegsbeute dann könnt ihr euch die kaufen im ersten Runde ist das ganz cool weil ihr dann einen Stack besiegt und vielleicht eine relativ gute Einheit euch mitnehmen könnt und die auch direkt bezahlen könnt weil ihr am Anfang glaube ich mit 100 Kriegsbeute startet danach werdet ihr das aber erstmal gar nicht mehr anwenden bis ihr halt wirklich einen Kampf sucht also sehr aggressiv vorgeht ist auch einfach nicht so mein Stil gerade auch brutal auch sehr schwer zu sagen ich schmeiße es in den ersten 10 Runden einen krassen Angriff raus wenn ihr das aber hinkriegt dann ist das durchaus möglich gerade mit so beschworenen Einheiten sag ich mal so Feuerelementaren oder sonst was die euch einfach Masse statt Klasse geben um dann schnell auch diese Kriegsbeute rein zusammen dann mit Unterwerfen hoffentlich dann Einheiten zu kriegen ist aber sehr sehr situativ sehr sehr situativ ansonsten nichts Neues dabei dann haben wir was Neues die Musketenschützchen hier und ist natürlich erstmal sehr stark 36 Schaden und durchbohrend ist extrem stark auch eine relativ hohe Reichweite 5 Reichweite kann auch sein dass sie jetzt tatsächlich mal ein bisschen gebufft haben fände ich auch gut weil ich weiß nicht ob die schon immer 5 Reichweite hatten kann ich aber jetzt nicht genau sagen Problem ist halt 3 Aktionspunkte das heißt ist diese Einheit nicht in der Reichweite kann sie nichts machen außer halt einmal hier im Visier nehmen und markiert hinzufügen und sich da den Verteidigungsmodus stellen ist natürlich extrem squishy das heißt auch da müsst ihr halt gucken ihr seht auch die Reichweiten sind dann gleich ins Visier nehmen hat nicht irgendwie 8 Reichweite was ich dann okay fände sondern auch 5 das heißt ihr müsst ja näher herangehen weil ihr vorher eigentlich in Reichweite wart um dann dieses ins Visier zu nehmen könnt euch also leider wieder in den Fokus der Gefahr begeben wenn ihr nämlich in der Reichweite seid mit eurem Waffe werdet ihr immer schießen wollen weil ihr ja Schaden machen müsst sonst verliert ihr schnelle Einheiten von daher bin ich da so gemischt die kann natürlich extrem reinhauen wenn ihr die gut bufft und dieses markiert gut durchspielt ist aber sehr situativ weil 3 Aktionen für einen Angriff da sind halt Plankler einfach besser mit so einen Aktionsangriffen das zieht sich da können wir zur Bandschlosskanone gehen bei der genauso durch ihr habt hier Kanonenschießen die macht noch weniger Schaden hat wohl einen Linien-Effekt nach vorne das hat aber zum Beispiel die Sturmbringerin die jetzt neu dazugekommen ist auch aber das ist eine einmalige Aktion hier kostet es 3 Aktionspunkte macht nur physischen Schaden und ist halt voller Aktionspunkte das heißt ihr könnt nicht die Kanone bewegen und schießen wenn ihr eine gute Position kriegt im Kampf dann geht das aber es ist situativ und leider nicht super krass und die könnt ihr nur mit Kriegsbeute kaufen das heißt wenn ihr nicht ordentlich viel Kriegsbeute habt könnt ihr diese Kanone nicht bekommen und mehr kann die Kanone auch nicht also ein Konstrukt hat diese Fähigkeit natürlich ist klar und ist Belagungsbrecher verstärkt dadurch aber es liegt einfach an ein Konstrukt aber sonst hat sie halt nichts ist nichts einfach nur dieser einen Schuss warum hat sie nicht irgendwie ein Aue Schuss von hoher Reichweite oder sowas nee gar nichts finde ich sehr enttäuschend ich mag die nicht so gerne ich finde auch einfach dass sie keine keine Person hat die die abschießt oder sowas auch irgendwie einfach komisch ehrlich gesagt der Dragona wiederum ist sehr sehr cool der Dragona ist eine T3 Plankle Einheit auch Einstellungsmerkmal gibt es nur bei dieser Kultur ist eine äh nicht mehr nur stimmt oder doch doch genau nur bei der Kultur ist richtig absolut coole Einheit hat halt Nachkampf auch wieder nur physischen Schaden also hier gibt es Elementarschaden nicht aber hat halt auch einen Fernkampf mit einem Aktionsfähigkeit kann abgelenkt zufügen was sehr stark ist und ist auch durchbohrend weil es eben auch eine Pistole ist und wie gesagt nicht drei Aktionen dadurch ist diese Einheit schon deutlich stärker hat dafür auch nicht so viel HP und nicht so viel Verteidigung wie jetzt die Ritter oder die Dunkelritter und sonst einen normalen Nachkampfangriff das coole ist das coole ist bei der die kann halt schießen und danach als Meisterplänkler die Hälfte ihrer Aktionspunkte zurückkriegen um wieder wegzulaufen also sich wieder in Position zu begeben macht die dadurch sehr flexibel ist relativ anfänglich zufällig zu sterben weil sie halt nicht so stark ist also nicht so widerstandsfähig aber ist halt sehr flexibel und hat eine sehr gute Fähigkeit ihr habt aber auch nur drei Reichweite die könnt ihr ja jetzt auch nicht mehr waffen das heißt ihr bleibt auch bei drei Reichweite erstmal gefangen in Anführungszeichen könnt euch aber wie gesagt immer wegbewegen habt auch keine wie heißt es noch Gegengelegenheitsangriffe und macht keine habt keine Probleme mit Kontrollzone und die Einheit ist tatsächlich cool ich würde sie jetzt nicht so cool bezeichnen wie Erweckerin oder der Zauberbrecher die sind halt einfach viel stärker auch der Dunkelritter hat da seine Vorteile aber sie ist sehr flexibel mit der kann man tatsächlich ganz gut spielen ja noch ganz kurz wirtschaftlich hat die Kultur halt nichts ne also ist halt wirklich gar nichts dazu also ja klar ihr habt die Kriegsbeute aber wirtschaftlich so an sich also gerade fürs frühe Spiel bringt die halt gar nichts was ich ein bisschen traurig finde das ist halt nichts irgendwie krasses dazu und generell es ist natürlich merkt es ja ich bin ein bisschen verbittert weil wir bezahlen 20 Euro für das DLC und die Kultur hat halt nichts krasses ne also hat halt eine generische Ressource die wir kriegen nicht sogar noch einen Malus dazu und hat halt dann dieses Markieren und mehr Schaden also dieses was ja schon Finster hat was schon Feudal hat was schon barbarisch hat also dieses mehr Schaden einfach ja oder haben wir auch und nichts mehr und selbst das ist sogar noch umständlicher als jetzt zum Beispiel Finster einfach mit einem draufschießen ist geschwächt müssen wir hier mit der T1 Einheit was ihr eben ja gesehen habt der T1 Einheit halt diesen Schaden verursachen finde ich tatsächlich nicht so toll also diese T1 Einheit die kann halt markieren oder ich muss mit meiner krassen Schützin statt einen krassen Schaden zu machen einfach mal sagen ich mach gar nichts die Runde und markiere einmal ist halt extrem schlecht und ich will jetzt nicht über den Beobachter reden den nimmt man nicht mit oder ihr müsst halt Zauber dafür wirken und die sind halt zu schwach da müsste irgendein Markierenzauber von T4 Turm sein weil der noch 40-50 Schaden macht dann wird es vielleicht noch ganz gut sein es ist aber sehr umständlich und wirtschaftlich kriegt ihr halt nichts besonderes nichts was euch in Vorteil bringt was zum Beispiel bei Feudal Betriebssam und so weiter oder barbarisch zum Beispiel mit dem Speer aus Posten bauen hier drin wäre was ich als sehr problematisch ansehe und deswegen ordne ich die Räuberkultur bei B ein wie gesagt ich habe es eigentlich schon mal aufgenommen jetzt muss ich wieder gucken was habe ich alles gesagt ich finde halt wenn du keine wirtschaftliche Stärke am Anfang hast sogar noch wirtschaftliche Schwäche hast durch den Flüsterstein der dir fehlt wo diese Kriegsbeute nur durch massive Aggressionen kriegst wodurch du ja eigentlich Geld ausgeben musst um dann diese Erpressung vielleicht durchzuführen um ein bisschen was zu generieren du kannst halt zum Beispiel auch Vasallmobilisierung eigentlich so gut wie vergessen was also dich aus einer Strategie komplett rausnimmt diese ganze Mechanik auch mit Musketen ich liebe diesen Sound von den Musketen ist einfach ein toller saftiger Sound der macht auch Spaß aber die zum Arbeiten zu bringen ist schon schwerer als halt bei anderen Kulturen also bei all diesen Kulturen die wir haben ist es einfach die Mechanik leichter zum Arbeiten zu bringen während ich hier erstmal irgendwie out of my way gehen muss also irgendwie um Umwege dahin kommen muss zu markieren und wenn ich dann fünfmal markiert habe und dann Musketenschützen zuschieße klar dann ist das super cool dann habt ihr 36 plus 50% Schaden plus allen anderen Modifikatoren das heißt ihr seid dann bei 54% Schaden plus alles andere ist dann natürlich cool aber bis ihr das habt ist halt viel zu viel Zauber was ihr da rausballern müsst ihr müsst viel zu viel Ressourcen dafür ausgeben und ihr müsst drei Aktionen frei halten das heißt ihr könnt damit auch nicht flexibel irgendwie Schaden machen wie mit dem Dragoner der ja sehr cool ist halt mit dem Schaden direkt arbeiten der Dragoner zum Beispiel bräuchte ja um den Maximalschaden zu machen wieder fünf markiert und wer macht das diese Alp T1 Zauber reichen da nicht da brauchte die Kultur einen Zauber der halt krass stark ist und erst kommt wenn man zum Beispiel T4 Turm freigestellt hat generell sollte das bei den Kulturen so sein die sind ja eh da leider sehr 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 basal sehr sehr banal also sehr unterschwellig weil sie überhaupt nichts an krassen Zaubern bekommen die sie einzigartig machen das bräuchte die Räuberkultur mehr als alle anderen in meinen Augen deswegen bringe ich sie ganz klar hinter finster Einorte aber ihr könnt mir ja sagen was ihr dazu meint vielleicht wollt ihr mich auch steinigen wie gesagt wenn es klappt ist es geil und gerade so ein Dragoner ist eine flexible Einheit die man machen kann wenn ihr unten nicht Kriegsbeute habt könnt ihr Kanonen pumpen das habe ich ja bei diesen Drachen Let's Play auch gehabt aber die Kanonen sind halt auch nicht super stark dass ihr sagt oh die retten mir jetzt das Spiel weil sie halt keine besonderen krassen Fähigkeiten haben und essentiell darauf angewiesen sind andere Einheiten dabei zu haben die irgendwo sie beschützen oder carryen oder zumindest ihr carrying Potential hervorholen wenn ihr versteht was ich meine egal gehen wir mal über zur letzten Kultur ja und dann als letztes die urtümliche Kultur die ist hier noch zu sehen in D die kriege ich gerade nicht mehr runtergezogen kommen wir gleich zu wo die hier genau eingeordnet ist und uns aber erstmal ingame an was sie zu bieten hat bevor wir jetzt darauf eingehen dass hier ein neues Interface erschienen ist was bei keiner anderen Kultur so ist gehen wir erstmal auf die Grundlagen ein wir haben Bauwerke mit Entnahmungseinnahmen und wir haben oder wir ändern Provinzen zu bevorzugten Gelände des Urtiers die Urtiere sind halt das was wir rechts sehen ihr seht sonst steht da gar nichts mit drin weil die Urtiere an sich dann noch ein paar Vorteile bieten die auch wieder sehr kampfbezogen sind so wie bei allen eigentlich oder fast allen da haben wir verschiedene Variationen vom Krokodil über Krähe über Mammut bis hin zu einer Wölfin und die haben erstmal eine andere Affinität jeweils also nicht immer jeder es gibt auch zwei Natur Affinitäten wie ihr sehen könnt aber ansonsten haben wir zumindest alle Variationen an Affinität darin das heißt ihr könnt da schon mal ein bisschen kombinieren was ihr bei keinen anderen könnt die sind immer vorgegeben und fix und je nachdem welches Tier ihr euch wählt habt ihr halt verschiedene Gelände die jetzt bevorzugt werden gehen wir einfach mal auf die Sturmkrähe einfach mal aus Spaß ein die Sturmkrähe liebt Graslandprovinzen und ihr kriegt dann auch für jede Graslandprovinz plus zwei Mana was schon mal sehr cool sein kann die Spinne zum Beispiel unten gibt dann Wissen das Mammut gibt ich glaube Produktion war es genau und der Säbelzahn zum Beispiel Gold und so weiter und so fort dann habt ihr eben dieses Gelände auch als bevorzugtes Gebiet da sollt ihr also versuchen das möglichst zu bekommen habt aber auch immer eine Möglichkeit mit dem Tempel den wir uns anschauen werden dieses Grasland auch zu produzieren sag ich mal wir beginnen auch immer mit bevorzugten Gebieten was eigentlich ganz cool wir haben hier eine Variation von sieben verschiedenen Gebieten wo wir dann starten werden variiert dann jeweils was wir hier wählen und wir haben dann auch verschiedene Graslandwanderung also verbesserte Bewegungs oder verbesserte Bewegung in den jeweiligen Gebieten und wir können immer eine Beschwörung tätigen und hier wäre die Beschwörung jetzt zum Beispiel eine Krähe beschwören ein Aschensäbelzahn und so weiter und so fort da kommen wir auch noch zu denn das ist ganz essentiell für die Stärke dieser Kultur und wir haben noch jeweils immer diesen Sägen hier der ist immer gleich im Sinne von seiner Mechanik wir sammeln 5 Stapel hier noch mal beim Angreifen kriegen wir diesen Stapel dazu und bei der Krähe wäre das dann halt wenn wir 5 Stapel davon gesammelt haben dann kriegen wir plus 3 Blitzschaden das ist ziemlich stark und fügen auch noch angrenzten Feindlichen nochmal 4 Blitzschaden zu was auch ziemlich stark ist aber eben jeder Angriff entfernt einen Stapel Zorn der Sturmkrähe das heißt ihr müsst das dann nachher auch wieder sammeln also habt ihr 5 mal angegriffen kriegt ihr das gibt manche Fähigkeiten auch die geben auch 2 Stapel und dann könnt ihr das wieder verbrauchen ist halt eine Kampfsache wie immer auch bei den anderen Sachen ob das jetzt mit mehr oder weniger als 20% flat ist wie bei Feudal wenn man einigermaßen normal spielt kann ich jetzt nicht sagen will ich nicht sagen es sind auf jeden Fall recht coole Fähigkeiten die gibt es halt dann jeweils anders sind halt immer sehr sehr ähnlich also können wir hier jetzt wieder sehen Sägen des Gletschermarmuts da haben wir halt Frostschaden da können wir gefroren aber zuweisen oder verlangsamt haben keinen AOE Schaden also das variiert schon sehr stark da kann man schon ein bisschen was drum herum bauen das ist auf jeden Fall nicht schlecht dann gebäudetechnisch haben wir ja gesagt bekommen Nahrung geben wir aber so eine Schnitzerwerkstatt hat halt natürlich wie immer die ich denke immer das ist so viel aber stimmt ja gar nicht bei Werkstatt generell kriege ich ja immer fünf Einberufungen gegen acht Produktion und fünf Nahrung ist ein guter Mix gibt halt sehr wichtige essentielle für die anfängliche ja ich sag mal wirtschaftliche Expansion weil man merkt schon sehr gut wenn man diese Werkstatt gebaut hat dass die Stadt schneller wächst und auch schneller baut was natürlich essentiell sein kann um eben bestimmte Vorurteile zu erringen und das macht das Spiel am Anfang gerade sehr viel leichter und angenehmer natürlich fehlt sowas wie Gold aber das ist trotzdem sind das zwei essentielle um deine Stadt halt wachsen zu lassen ne und dann kriegen wir die Steinstehle die kriegt halt zehn Produktion und fünf Nahrung also auch wieder ein bisschen mehr Produktion oder ein bisschen weniger Produktion andersrum und dafür aber fünf Nahrung dazu ne das seht ihr halt dass sich das natürlich je nachdem variiert diese Variation dass die Werkstatt ersetzt wird haben wir ja jetzt schon häufiger gesehen da ist nichts mehr Neues dabei wir kriegen halt einfach fünf Nahrung und zehn Produktion ist ganz nett und direkt darunter finden wir schon Schreien der Geister und wir kriegen und das wusste ich auch nicht wo ich das erste Mal natürlich dann durchgespielt habe ist ja klar aber zehn Nahrung für jede Farm das heißt es würde sich lohnen hier auf jeden Fall auf Farmen zu gehen denn dann bekommt ihr eben diese zehn Nahrung pro Farm das ist schon ziemlich cool weil man kann theoretisch ja leicht Farmen bauen das heißt wenn ich mir meine vier Farmen habe ich 40 Nahrung dazu und das ist schon extreme Wachstum nochmal es hält nicht mit Schreien des Kriegsgottes mit das kann keiner aber es kann halt natürlich eine Stadt zum extremen Wachstum bringen sodass man auch wirklich in die 20er Zahlen hineinkommt eine riesige große Metropole aufbauen kann ja aber jetzt kommen wir zum Großen natürlich hat jeder einzelne jedes einzelne Totemtier sag ich jetzt mal oder das angebetete Tier hat jeweils ein anderes Startbuch da ändert sich aber eigentlich nur der Beschwörungssauber der Rest bleibt natürlich gleich ihr könnt natürlich wie immer wie ihr hier seht die Fähigkeit die ihr habt also den Segen auf alle Einheiten anwenden warum das hier doppelt steht keine Ahnung ihr könnt es aber auf alle Einheiten anwenden manche hatten ja Einschränkungen hier ist wirklich für alle dieser Segen da was ich dann wieder nicht verstehe warum bei Finster das nicht überall ist weil hier geht es ja auch nur um Damage warum kriegen hier die Fernkampfeinheiten den Damage mit und bei Finster kriegen es weder die Kampfmagier Einheiten noch die Fernkampfeinheiten frag mich nicht irgendetwas scheint da schief gelaufen zu sein vielleicht war es ja auch nur Anzeigefehler ich weiß nicht irgendwie ist es auf jeden Fall etwas merkwürdig sei es drum das wichtigste finden wir fangen wir erstmal mit dem hier noch an angestammte Harmonie ja ihr heilt halt einfach eine Zieleinheit hat die diesen Zorn der Tunnelspinne das heißt fünfmal angegriffen dann kriegt man halt doppelte Heilung auch ganz nett aber jetzt nichts weltbewegendes aber das hier das ist die stärkste Fähigkeit die ihr jemals bekommen könnt aus einem Kulturbuch es gibt nichts stärkeres ich rede jetzt nicht von der Spinne speziell sondern einfach von allen von diesen Dingern ich finde sogar den Säbler den ich jetzt auch gespielt habe noch stärker als die Spinne war ja noch krasser AOE Schaden sogar die Spinne aber zum Beispiel hat Lebensraub jetzt diese Fähigkeit wenn ihr mal auf die Preis guckt es kostet zwar in Anführungszeichen schon 30 Mana für den ersten Zauber und 25 Kampf Zauberpunkte aber wenn ihr das beschwören könnt mit 80 HP 14 Nahkampfschaden wiederholend und Lebensraub und das einfach in die hintere Reihe der Fernkämpfer hineinbeschrift von Gegnern könnt ihr die Gegner vernichten ihr könnt mit diesem Zauber alleine wenn ihr ihn zweimal pro Runde oder pro Kampf nicht pro Runde pro Kampf zaubern können könnt ihr eine Armee besiegen die deutlich stärker ist als eure ich habe da ja ein paar Videos gemacht da guckt es euch alle an die letzten Playthroughs und diese Zusammenfassung mit Nikomantib es ist unfassbar stark also wirklich unfassbar stark und ich habe nochmal gesagt das müsste jede Kultur haben sowas so ein Zauber der in irgendeiner Weise die Mechaniken outplayed oder die Mechaniken so sehr bis zum Limit bringen dass ihr denkt krass meine Kultur die ich hier spiele die ist ja wirklich einzigartig ob das jetzt dadurch passiert was ich eben bei Räuber schon gesagt habe bringen wir uns einfach noch mehr Zauber also stärkere Zauber oder halt sowas wie hier dass man einfach einen Zauber in dem Standardbuch hat der einfach so krass ist dass er alle anderen überdeckt denn diese Zauber ist alleine schon dafür ist diese Kultur genial wenn ihr auf hoher Schwierigkeitsstufe damit spielt oder generell einfach mal krassere Kämpfe gewinnen wollt ist diese Fähigkeit super stark diese Spinne oder dieses Tier ist dann immer eine mythische Ei da könnt ihr also nicht buffen oder so ist ja auch egal aber die sind immer so stark schon an sich das ist sehr beeindruckend ja sonst haben wir hier Höhle der Tunnelspin das heißt wir haben auch eine Besonderheit die wurden noch nicht angegeben bei den generellen wir können so Knoten finden und diese Knoten das sind einfach erkundbare Objekte sag ich mal und einnehmbare Ressourcenknoten nenne ich es jetzt einfach mal auf der Karte das können nur hier die Ultimischen sehen auch eine Neuerung schade dass es nicht mehr für alle gab egal gewährt 15 Stadtstabilität auch das kriegen wir also noch dazu und wir können auch ein Tempel der Tunnelspinne bauen die uns nochmal 5 Mana gewährt und das was ich eben angekündigt hatte das Terraforming betreibt extrem cool 5 Mana einfach flat nochmal dazu warum nicht als Gebäude und dann halt diese Provinz jeweils verändern jetzt bei der Tunnelspinne zu Pilzwald und das gibt uns hier jeweils wieder jetzt denkt dran 2 Gold 2 Mana 2 Forschung 2 Produktion und so weiter je nach Schwierigkeit oder Seltenheit der verschiedenen Provinztypen sind es dann halt mehr als 2 wo jetzt zum Beispiel der Tunnelspinne wir haben 2 Wissen pro Pilzwald extrem stark ihr könnt da richtig fett Wissen generieren das ist wirklich krass also das ist tatsächlich schon auch wieder ein Alleinstellungsmerkmal da wir haben einen Tunnelmegalith der kommt noch oben drauf also das kommt noch zusätzlich das ist jetzt bei der Spinne ein Tunnelmegalith ihr seht plus 4 Wissen pro angänzenden Pilzwaldprovinz gehen wir jetzt mal zum Beispiel Gletschermammut wer ist Gletschermegalith da kriegt ihr jeweils wieder das was ihr für die Geländearten bekommt nochmal hier für diese Verbesserung also hier wäre es jetzt die Produktion dann gehen wir wieder zurück auf die Spinne oder gehen wir auf die Krähe auf der Krähe wer haben wir eigentlich die hat jetzt zum Beispiel Mana das heißt alle angrenzenden Graslandprovinzen ihr verwandelt ja langfristig alles in Graslandprovinzen gebt euch nochmal 4 Mana da könnt ihr also auch noch Unmengen an Mana produzieren was sehr 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 cool ist die Helden kriegen urtümliche Raserei das heißt alle Einheiten der Armee kriegen Raserei wenn die im Graslandwunder sind nicht außerhalb also ein bisschen defensiv oder halt sag ich mal kommt auf die Situation an situativ haben wir spirituelle Heilung kriegen wir 20 HP zurück warum nicht schon mal ziemlich cool die Heilung gefällt mir eigentlich ganz gut und wir kriegen 3 Stapel dieses Aufsteigen Zorns das heißt hier 5 Stapel bekommen wir jedenfalls diesen krassen Damage Boost dazu der auch Gefroren verursachen kann oder hier halt ein Aoe Schaden verursachen kann und so weiter auch sehr cool und natürlich die Krähen jetzt bei uns Krähenverbundenheit oder Tierverbundenheit wodurch wir halt diesen Segen auch für unsere Helden haben und auch die Grasland oder Ödland und so weiter Wanderung für unsere Helden extrem also das hier tatsächlich das gefällt mir sehr 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 gut wenn das alle Kulturen in diesem Umfang von Boni und Stärke und Brutalität hätten dann hätten wir auf jeden Fall wesentlich mehr Variationen unter den Kulturen und das würde im Spiel massiv gut tun ja und dann gehen wir noch die Einheit noch ein und zwar haben wir wieder unseren Schildträger diesmal in T1 äh ja Schildträger Design finde ich okay äh weiß nicht ist in Ordnung Damage halt kennt er das übliche nicht viel Schaden aber dafür viel Rüstung okay HP hat noch eine Fähigkeit neue ultimliche Erneuerung das heißt ihr könnt durch die Stapel Zorn des Muraskokodils wo ihr bis zu 5 haben könnt euch nochmal 5 HP zurückholen ist ganz nett gerade als so eine Verteidigungseiner kann man das tatsächlich nutzen um sich einfach mal zu heilen mal ein bisschen HP zu kriegen vielleicht die nächste Runde zu überleben und so weiter und den Segen haben natürlich wie gesagt ja eh alle und wir können nicht sichend werden aber das liegt nur daran weil wir gerade Muraskokodil angewählt haben das ist auch so eine Sache manche einer oder manche von diesen Tieren geben noch irgendwas besonderes wie eine Immunität oder sonst irgendwas Geistsucherin ist einfach nur Speer und dann haben wir einen Blasrohrschützen ist sehr ähnlich wie die Spalterin würde ich sagen allerdings hat es einen wiederholbaren Fernkampfangriff und hat nicht die Fähigkeit einfach wegzugehen beim Gegenschlag kann sich aber mit so einem Rückzugsschuss aus dem Nahkampf befreien macht also noch Schaden springt drei Felder zurück und ist dann wieder frei für den nächsten Fernkampfangriff falls es nicht wieder gebunden wird was auch ziemlich cool ist gleiche Werte wie immer alle Bogenschützen auf T1 seht ihr wie immer aber ist tatsächlich sehr potent was halt das Problem ist ihr habt nur drei Reichweite ich finde sie deswegen nicht so toll weil man kann die Reichweite auch nicht mehr buffen sind trotzdem insgesamt solide also auf keinen Fall schlecht aber ich finde so ein einfacher Bogenschütz jetzt zum Beispiel bei den Erhabenen oder bei Feudal kann man da teilweise noch besser nutzen wenn man sie gescheit geschützt kriegt hier die kann sich halt zurückziehen aber die fällt halt auch innerhalb von zwei Schlägen je nachdem welche Einheit ihr kämpft gegen welche Einheit ihr kämpft werdet ihr die nicht retten können auch wenn ihr da jetzt diesen Rückzugsschuss macht aber es ist trotzdem eine solide Einheit dann haben wir auch eine Schockeinheit auf T2 haben wir bisher auch noch nicht gehabt hier bei den Kulturen hat halt noch einen AOE-Effekt auch dieser AOE-Effekt hat diesen Elan-Effekt den ja auch der Sturm-Heat hat da kriegt ihr 20% Schaden pro drei zurückgelegten Feld für bis zu drei Feldern kennen wir ja auch mittlerweile und dann macht ihr halt einen Kegel von einem Feld das sind also drei Personen so rum werdet ihr dann angreifen können und da macht ihr ein bisschen Schaden ist ganz nett und sonst habt ihr wieder den typischen Schad schnell erkennt er und gibt halt wieder diesen aufsteigenden Zorn ich glaube die Einheit kann schon auch sehr cool sein wenn ihr diesen aufsteigenden Zorn da mit dem jeweiligen Tier maximiert und dann schön AOE-Reihe bei der Krähe oder vergiften siechen gefroren und so das kann schon ziemlich cool reinhauen hab ich jetzt persönlich noch nicht viel mitgespielt weil wie gesagt ihr wisst was ich zu Schockeinheiten schon gesagt habe dann haben wir Animisten die sind tatsächlich womit auch eine der besten Unterstützungseinheiten weil sie erstmal diese Heilung haben die ich eben schon erwähnt habe die ziemlich cool ist wegen den Stapeln und recht guter Heilung der Giftschuss ist okay kriegt halt Schaden kennen wir aber wichtig ist urzümlich Skokodil schaffen wir es mit dem Typen dreimal anzugreifen oder eben vielleicht auch diese Heilung zu geben so dass er drei von diesen aufsteigenden Zorn bekommen hat und kriegen ihn dann auf fünf aufsteigenden Zorn können wir hier einmal unzuliches Skokodil also die Fähigkeit die ich eben so hoch gelobt habe diese krasse Beschwörungsfähigkeit können wir mit den Animisten auch nochmal durchführen was extrem krass ist wenn ihr es schafft den auf fünf Stapel zu bekommen habt ihr da eine gute Strategie könnt ihr das relativ schnell machen und dann könnt ihr zu eurer beschworenen Einheit die ihr ja durch die Zauber holt noch von dem Animisten auch noch so ein Ding beschwören was natürlich komplett übertrieben stark ist weil die Viecher halt extrem extrem stark sind also das ist tatsächlich eine coole Unterstützungseinheit hat sehr coole flexible Fähigkeiten und kann auch sehr stark werden natürlich würde ich hier nicht für immer mitnehmen aber ist tatsächlich eine ganz ganz coole Sache und dann haben wir die erste T3 Einheit die Stangenwaffe ist also in Kulturen zumindest und diese hat auch eine besondere Fähigkeit erstmal verliert sie aber glaube ich eine Fähigkeit obwohl die hat sie auch noch Anstrumpfwiderstand und Erstschlag habe ich falsch verstanden aber sie hat zusätzlich zu diesen Fähigkeiten ja erstmal einen normalen Angriff nach dem haben sie ja immer 16 Schaden ist auch ziemlich gut tatsächlich AP ist wirklich gut 95 Verteidigungswerte sind okay also in der Mitte würde ich sagen und urtümlicher Schwung ist ja das coole ihr könnt tatsächlich auf drei Felder nach vorne springen macht dann Schaden an allen angrenzenden Einheiten und aktiviert den Verteidigungsmodus das sind ja 20 Schaden wie ihr seht der Schaden variiert je nachdem welches Tier ihr habt sehr cool und kann man natürlich auch wieder buffen dann habt ihr noch mehr Schaden und dann ist das schon eine sehr sehr starke Fähigkeit gerade weil diese Fähigkeit auch 40% mehr gegen Kavallerie und gegen große Ziele macht sodass ihr gegen die noch mehr ausreichen oder auslösen könnt und denen noch mehr Schaden zufügen können also auch sehr sehr cool auch generell cool dass man jetzt meine Stangenwaffe C3 hat ich hätte mir natürlich immer noch andere Einheitentypen gewünscht aber wie gesagt diesen Traum können wir glaube ich fallen lassen aber diese Einheit hat halt schon sehr cooles Potenzial deswegen kann man die auf jeden Fall mitnehmen generell finde ich dieses Lineup hier ganz cool weil jeder irgendwie so eine Fähigkeit hat die ganz nett ist die man nutzen kann und natürlich so Schildeinheit ist halt immer Schildeinheit aber Heilung bei Schildeinheiten ist halt immer noch besser viel besser als manche andere Sachen wobei Betäuben natürlich mit dem Schild bei Barbaren und Mystisch immer noch besser ist ja und wo achten wir das dann ein ja nicht in D das auf jeden Fall da es diesen Zauber hat kommt es einfach auf jeden Fall in Richtung S es hat ja nicht nur diesen Zauber der diese Beschwörung hat die einfach jeden Kampf für dich gewinnen kann sondern es hat ja auch noch wirtschaftliche massive Boni weil jedes Gebiet was du mit deiner verflugten Stadt einnimmst gibt dir nochmal eine Ressource dazu das heißt wenn die anderen hier egal wer Barbaren oder sonst was sich eine Ressource einnehmen äh ein Gebiet an dem kriegen die keine Ressource sondern müssen da ja oder bauen da ja ein Steinbuch drauf der gibt ein bisschen Ressource hast du da noch eine Ressource und ein bisschen mehr Ressource aber bei der Ultimikultur kommt on top dann nochmal die Ressource des gewählten Tiers was halt von Produktion Wissen Mana Einberufung und sonst was variiert was schon extrem geil ist das heißt strategisch ist das Potential gigantisch ihr habt bei den Fähigkeiten zwar nur bin ich nicht ganz zufrieden mit wieder nur Kampffähigkeit mit diesem aufgestiegenen Zorn aber was ihr da rausbekommt bei der Krähe zum Beispiel dieses AOE gefroren beim Mammut ist extrem potent also egal welche Strategie ihr auch da erfahrt das ist ja das Lustige das ist ja auch was ich so ein bisschen erwähne ab und zu aber bei der Kultur ist es halt egal welche Strategie ihr erfahrt ihr könnt erstmal alle Einheiten mit diesem krassen Buff ausstatten und ihr könnt dann eigentlich machen was ihr wollt ihr könnt ja dann auf eure T3 Stangeneinwaffe gehen ihr könnt auf die Sturmbringer gehen ihr könnt auf selbst Konstrukte gehen wobei die nicht diese Fähigkeiten erhalten das ist übrigens auch noch ein Problem bei Räuber aber lassen wir jetzt einfach da außen vorstehen aber ihr könnt halt tatsächlich sauviel buffen und machen und eigentlich jede Strategie fahren und mit jedem Tier könnt ihr irgendwie ein bisschen was anderes machen hier mit dem Säbelzahn hatte ich zum Beispiel unendlich Geld ich konnte wirklich Geld scheißen oh Entschuldigung naja du wirst schon was ich meine und ich konnte bei der Spinne halt extrem viel Wissen produzieren sodass ich da einen riesigen Vorteil hatte und deswegen packe ich die ganz nach vorne auch wenn auch immer der Speer mit dem Außenposten der hängt mir im Nacken nach der ist halt strategisch genial aber durch die Variation das sehr gute oder das zumindest gute bis sehr gute Einheiten Line Up die Entweckerin und hier der Zauberbrecher sind noch immer besser als die Helle Bader aber die Helle Bader hat halt einen guten Beef kommt gut rein kann sehr gut Fernkämpfer binden durch den Sprung und macht halt dabei noch viel Schaden und generell so die Variation ist sehr cool mit den Animisten wo man halt diese krasse Fächer auslösen kann aber einfach alleine schon der Zauber den ihr in Runde 5 freigeschaltet haben könnt und womit ihr dann einfach jeden Kampf dominieren könnt wenn ihr da Zauber Herrscher nehmt wo ihr schon mehr Kampfpunkte bekommt also Zauberkampfpunkte dann könnt ihr das in der 5. Runde zweimal beschwören im Kampf und könnt eigentlich jeden Kampf gewinnen dann braucht ihr eigentlich gar nicht mehr nachzudenken und werdet definitiv super Spaß haben und das ist wirklich cool und ich finde sowas wie hier sollte es in jeder Kultur geben dass so ein Zauber so krass ja nicht Game Breaking aber irgendwo so so eine Nische hat wo man sagt das macht mich ja einzig also ich mach mich stark das sollte bei jeder Kultur da sein und finden wir jetzt zumindest bei der urzumischen Kultur von daher packe ich die oben rein kann aber gut sein dass Triumph Studios das nerven wirkt hätte ich sehr traurig fände ich schön wenn sie lieber mal die Schwächeren hier einfach mal richtig schön waffen würden das hätte mehr Sinn na egal ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen sagt mal was ihr so meint ich kann euch sagen was ihr ganz anders empfindet dann schreibt es mir ruhig in die Kommentare ich überlege ob ich dann vielleicht nochmal ein Video mache wo ich hier einfach mal quatsche um das für die Leute nicht so einen hohen Konzentrationswert oder so eine hohe Aufmerksamkeitsspanne haben nochmal zusammenzufassen wo ihr dann nochmal Einzelheiten oder kürzere Einzelheiten Oberfläche hier gesagt bekommt um das Ganze auf einen Blick mit 20-30 Minuten zu verdauen zu können weil das hier wird locker über 2 Stunden dauern na egal ihr wisst was ihr zu tun habt Like, Subscribe Kommentare ich liebe euch alle Tschüssi